Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Hörverlag präsentiert Mord unter Palmen Urlaubskrimis Parker Pine ermittelt von Agatha Christie Aus dem Englischen von Anke Albrecht Gelesen von Stefan Benson Vorwort der Autorin Eines Tages, ich saß zum Lunch in einem Cornerhaus-Restaurant, war ich ganz hingerissen von einer Unterhaltung über Statistik, die an einem Nebentisch geführt wurde. Ich wandte den Kopf und erhaschte einen verschwommenen Blick auf einen kahlen Kopf, eine Brille und ein strahlendes Lächeln. Sprich, ich erhaschte einen Blick auf Mr. Parker Pine. Ich hatte zuvor noch nie über Statistik nachgedacht und tue das auch jetzt höchst selten, doch die Begeisterung, mit der man über sie sprach, weckte mein Interesse. Ich erwog zu dieser Zeit eine neue Serie von Kurzgeschichten und hatte nun sofort ihren grundsätzlichen Handlungsablauf und Rahmen vor Augen und schließlich dann Freude daran, sie zu schreiben. Meine Lieblingsgeschichten sind »Der Fall des unzufriedenen Ehemanns« und »Der Fall der reichen Frau«, das Sujet für Letztere flog mir zu, als mich zehn Jahre zuvor eine fremde Frau vor einem Geschäft, dessen Schaufenster ich betrachtete, ansprach. Sie sagte mit äußerster Gehässigkeit, »Ich wüsste zu gern, wofür ich all mein Geld ausgeben soll. Ich werde zu seekrank für eine Yacht, ich besitze bereits mehrere Automobile sowie drei Pelzmäntel und zu viel reichhaltiges Essen verdirbt mir den Magen.« Überrumpelt entgegnete ich, »Krankenhäuser?« Sie schnaubte. »Krankenhäuser? Ich rede doch nicht von Wohltätigkeit. Ich will schließlich etwas für mein Geld bekommen!« und ging zornig von dannen. Das ist nun schon 25 Jahre her. Heutzutage würden all diese Probleme für Sie vom Vermögenssteuerprüfer aus der Welt geschafft werden, und Sie wäre wohl noch zorniger. Agatha Christie »Haben Sie alles, was Sie brauchen?« »Parisis, Madame!« Eine hochgewachsene Frau in einem Nerzmantel folgte ihren schwer beladenen Kofferträger über den Perron des Bahnhofs Gare de Lyon. Sie trug eine dunkelbraune Strickmütze, die sie sich auf einer Seite über Auge und Ohr gezogen hatte. Auf der anderen zeigten sich ein bezauberndes, stupsnasiges Profil und goldene Löckchen, die sich um ein muschelförmiges Ohr kringelten. Sie war eine typische Amerikanerin und dabei ein sehr reizend anzuschauendes Wesen, und mehr als ein Mann drehte sich nach ihr um, als sie an den hohen Waggons des wartenden Zuges vorbeiging. An den Seiten der Wagen steckten große Schilder in Haltern. »Paris, Athen, Paris, Bukarest, Paris, Stambul.« An diesem letzten blieb der Träger abrupt stehen. Er löste den Riemen, der die Koffer zusammenhielt, und sie polterten zu Boden. »Voici, Madame!« Der Schlafwagenschaffner stand neben den Stufen. Er kam heran und sagte »Bonsoir, Madame!« mit einer Eilfertigkeit, die möglicherweise der Üppigkeit und Perfektion des Nerzmantels geschuldet war. Die Frau gab ihm ihr Schlafwagenbillett auf dünnem Papier. »Ah, Nummer sechs!« sagte er, »Ihr entlang!« Er sprang Behände in den Zug, die Frau folgte ihm. Als sie hinter ihm durch den Gang eilte, wäre sie fast mit einem wohlbeleibten Herrn zusammengestoßen, der aus dem Abteil neben dem Ihren heraustrat. Sie erhaschte einen Blick auf ein großes, nichtssagendes Gesicht mit gütigen Augen. »Voici, Madame!« Der Schaffner präsentierte ihr das Abteil. Er öffnete schwungvoll das Fenster und winkte dem Kofferträger. Der unbedeutendere Dienstmann trug das Gepäck herein und verstaute es in der Ablage. Die Frau setzte sich. Ein scharlachrotes Köfferchen und ihre Handtasche hatte sie neben sich auf das Polster gelegt. Im Waggon war es sehr warm, doch es schien ihr nicht in den Sinn zu kommen, ihren Mantel abzulegen. Sie starrte blind aus dem Fenster. Auf dem Bahnsteig eilten Leute hin und her. Sie boten Zeitungen, Kissen, Schokolade, Obst- oder Mineralwasserfeil. Sie hoben ihr ihre Waren entgegen, doch ihre Augen schauten durch sie hindurch. Der Garde Lyon war aus ihrem Blick verschwunden. Auf ihrem Gesicht lag ein trauriger und besorgter Ausdruck. »Wenn Madame mir ihren Pass geben würde...« Die Worte rauschten an ihr vorbei. Der Schaffner, der in der Tür stand, wiederholte sie. Elsie Jeffreys nahm sich mit einem Ruck zusammen. »Wie bitte?« »Ihr Pass, Madame.« Sie öffnete ihre Handtasche, nahm den Pass heraus und reichte ihm diesen. »Im alles weitere, Madame, werde ich mich kümmern.« Eine winzige, bedeutungsschwere Pause. »Ich werde, Madame, bis nach Stamboul begleiten.« Elsie zog 50 Fr. hervor und hielt ihm den Schein hin. Er nahm ihn geschäftsmäßig entgegen und fragte, wann ihr Bett gerichtet werden sollte und ob sie zu Abend essen wollte. Nachdem diese Dinge geregelt waren, zog er sich zurück und gleich darauf kam der Speisewagenschaffner, sein Glöckchen heftig schwingend und »Primier Service! Prrimier Service!« rufend durch den Gang geeilt. Elsie erhob sich, entledigte sich des schweren Pelzmantels, warf einen kurzen Blick in den kleinen Spiegel, nahm ihre Handtasche und das Schmuckköfferchen und trat in den Gang hinaus. Sie war erst ein paar Schritte weit gekommen, als der Speisewagenschaffner auf seinem Rückweg heran eilte. Um ihm auszuweichen, trat Elsie für einen Augenblick in die Tür des Nachbarabteils, das nun leer war. Als der Mann an ihr vorbeigetrabt und sie bereit war, ihren Weg zum Speisewagen fortzusetzen, streifte ihr Blick beiläufig den Anhänger des Koffers, der auf der Sitzbank lag. Es war ein stabiler, schweinslederner Koffer, schon etwas abgenutzt. Auf dem Anhänger stand »J. Parker Pyne, Passagier nach Stambul«. Der Koffer trug die Initialen »P.« Ein überraschter Ausdruck legte sich auf das Gesicht der jungen Frau. Im Gang zögerte sie einen Moment, dann ging sie in ihr eigenes Abteil zurück und nahm das Exemplar der Times, das sie zusammen mit einigen Zeitschriften und Büchern auf das Tischchen gelegt hatte. Sie überflog die Anzeigenspalten auf der Titelseite, fand dort aber nicht, wonach sie suchte. Mit leicht gerunzelter Stirn ging sie zum Speisewagen. Der Kellner wies ihr einen Platz an einem Tisch zu, an dem bereits eine andere Person saß. Der Mann, mit dem sie im Gang beinahe zusammengestoßen wäre. Genauer, der Besitzer des schweinsledernen Koffers. Elsie betrachtete ihn verstohlen. Er wirkte sehr nichtssagend, sehr gütig und auf recht schwer zu erklärende Weise herrlich vertrauenserweckend. Er legte eine britische Reserviertheit an den Tag und sprach erst, als das Obst schon auf dem Tisch stand. »Sie heizen diesen Zug wirklich mächtig«, sagte er. »Und ob«, erwiderte Elsie, »ich wünschte, man könnte ein Fenster öffnen.« Er lächelte betrübt. »Nichts zu machen.« »Mit Ausnahme von uns würde jede der hier anwesenden Personen protestieren.« Sie antwortete ihm mit einem Lächeln. Danach schwiegen beide wieder. Der Kaffee wurde mit der üblichen unleserlichen Rechnung serviert. Nachdem sie einige Geldscheine darauf gelegt hatte, fasste sich Elsie plötzlich ein Herz. »Verzeihen Sie«, murmelte sie, »ich habe Ihren Namen auf Ihrem Koffer gesehen. Parker Pine. Sind Sie... Sind Sie vielleicht?« Sie zögerte und er erlöste sie rasch. »Ich denke, das bin ich.« »Will sagen...« Und er zitierte die Anzeige, die Elsie mehr als einmal in der Times aufgefallen war und nach der sie gerade vergebens gesucht hatte. »Sind Sie glücklich?« »Falls nicht, konsultieren Sie Mr. Parker Pine.« »Ja, der bin ich.« »Aha«, sagte Elsie, »wie... wie außerordentlich!« Er schüttelte den Kopf. »Eigentlich nicht. Aus Ihrer Sicht außerordentlich, doch aus meiner nicht.« Er lächelte beruhigend und lehnte sich dann vor. Die meisten anderen Gäste hatten den Speisewagen verlassen. »Sie sind also... Unglücklich?« fragte er. »Ich...« hob Elsie an und brach dann ab. »Andernfalls hätten Sie nicht. Wie außerordentlich gesagt,« erklärte er. Elsie war eine Minute still. Allein die Anwesenheit von Mr. Parker Pine beruhigte sie auf merkwürdige Weise. »Ja...« gab sie schließlich zu. »Ich bin... unglücklich. Zumindest bin ich besorgt.« Er nickte teilnahmsvoll. »Wissen Sie,« fuhr sie fort, »es ist eine sehr merkwürdige Sache passiert, und ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll.« »Warum erzählen Sie mir nicht einfach davon?« schlug Mr. Parker Pine vor. Elsie dachte an die Anzeige. Sie und Edward hatten sie des Öfteren kommentiert und darüber gelacht. Sie hätte nie gedacht, dass sie... Vielleicht sollte sie lieber nicht, wenn Mr. Parker Pine nun ein Scharlatan wäre. Aber er sah nett aus. Elsie traf eine Entscheidung. Sie musste ihre Sorgen einfach loswerden. Ich erzähle es Ihnen. Ich fahre nach Konstantinopel zu meinem Mann. Er handelt viel mit dem Orient, und dieses Jahr hielt er es für angebracht, dorthin zu reisen. Er fuhr vor zwei Wochen ab. Er wollte alles für meine Ankunft vorbereiten. Ich fand den Gedanken sehr aufregend, wissen Sie. Ich war vorher noch nie im Ausland. Wir haben die letzten sechs Monate in England gelebt. Sie und Ihr Ehemann sind Amerikaner? Ja. Und Sie sind noch nicht allzu lange verheiratet? Wir sind seit anderthalb Jahren verheiratet. Glücklich? Oh ja! Edward ist ein wahrer Engel! Sie zögerte. Nicht besonders temperamentvoll. Ein klein wenig, nun ja, ich würde es tugendhaft nennen, all die vielen puritanischen Vorfahren und so. Aber er ist wunderbar, fügte sie hastig hinzu. Mr. Parker Pine sah sie einen Moment, es mochten auch zwei sein, nachdenklich an. Dann sagte er, fahren Sie fort? Es war ungefähr eine Woche nach Edwards Abreise. Ich schrieb in seinem Arbeitszimmer einen Brief, und da fiel mir auf, dass das Löschpapier ganz neu und sauber war, bis auf ein paar erkennbare Zeilen. Ich hatte gerade eine Detektivgeschichte gelesen, in der es um einen Hinweis auf dem Löschpapier ging, und deshalb habe ich es nur aus Spaß vor den Spiegel gehalten. Es war wirklich nur zum Spaß, Mr. Pine. Ich meine, er ist so ein Unschuldslamm, da hat man gar keine Hintergedanken. Ja, ja, ich verstehe. Es war ganz einfach zu entziffern. Zuerst stand da meine Frau, dann Saint-Plan-Express, und darunter kurz vor Venedig wäre die beste Gelegenheit. Sie verstummte. Seltsam, sagte Mr. Parker Pine, ausgesprochen seltsam, und es war die Handschrift ihres Mannes? Oh ja, ich habe mir den Kopf zerbrochen, aber ich begreife einfach nicht, unter welchen Umständen er einen Brief mit diesen Formulierungen schreiben sollte. Kurz vor Venedig wäre die beste Gelegenheit, wiederholte Mr. Parker Pine, ausgesprochen seltsam. Mrs. Jeffreys beugte sich vor und sah ihn mit schmeichelhaft froher Erwartung an. »Was soll ich tun?« fragte sie schlicht. »Ich fürchte,« sagte Mr. Parker Pine, »dass wir bis kurz vor Venedig werden, warten müssen.« Er nahm eine Broschüre vom Tisch. »Dies ist der Fahrplan unseres Zuges. Er erreicht Venedig um zwei Uhr zwei Uhr siebenundzwanzig morgen Nachmittag.« Die beiden sahen einander an. »Überlassen Sie alles mir,« sagte Parker Pine. Es war fünf Minuten nach zwei. Der Saint-Plan-Express war elf Minuten zu spät. Er hatte Mestre vor etwa einer Viertelstunde passiert. Mr. Parker Pine saß mit Mrs. Jeffreys in deren Abteil. Bisher war die Reise angenehm und ereignislos verlaufen. Doch nun war der Moment gekommen, in dem, falls etwas passieren sollte, voraussichtlich etwas passieren würde. Mr. Parker Pine und Elsie saßen einander gegenüber. Ihr Herz schlug schnell und ihre Augen suchten die Seinen mit der ängstlichen Bitte um Beruhigung. »Bleiben Sie ganz gelassen,« sagte er. »Sie sind in Sicherheit. Ich bin da.« Plötzlich ertönte im Gang ein Schrei. »Da, sehen Sie, sehen Sie doch, der Zug steht in Flammen!« Mit einem Sprung waren Elsie und Mr. Parker Pine im Gang. Eine aufgeregte Frau mit slavischen Gesichtszügen deutete dramatisch mit dem Finger. Aus einem der vorderen Abteile drang eine Rauchwolke. Mr. Parker Pine und Elsie rannten den Gang entlang. Andere Passagiere folgten ihnen. Das fragliche Abteil war voller Rauch. Die ersten zogen sich husten zurück. Der Schaffner erschien. »Das Abteil ist nicht belegt,« rief er. »Seien Sie nicht beunruhigt, Monsieur Dame, le feu wird unter Kontrolle sein.« Ein Dutzend aufgeregter Fragen und Antworten schwirrten umher. Der Zug fuhr über die Brücke, die Venedig mit dem Festland verbindet. Mit einem Mal drehte sich Mr. Parker Pine um, kämpfte sich durch die Ansammlung von Passagieren und eilte durch den Gang zu Elsies Abteil zurück. Die Dame mit dem slavischen Gesicht saß darin und sog die Luft ein, die durchs offene Fenster strömte. »Verzeihen Sie, Madame,« sagte Parker Pine, »aber dies ist nicht Ihr Abteil. Ich weiß, ich weiß,« erwiderte die slavische Dame, »Pardon, es ist der Schock, die Erregung, mein Herz!« Sie sank in die Polster zurück und deutete auf das offene Fenster. Sie atmete keuchend. Mr. Parker Pine stand im Türrahmen. Seine Stimme klang väterlich und beruhigend. »Sie dürfen keine Angst haben,« sagte er. »Ich glaube nicht eine Sekunde, dass dieses Feuer eine Gefahr darstellt. Nicht! Oh, welch ein Glück! Ich fühle mich gleich besser! Sie erhob sich halb. Ich werde in mein Abteil zurückgehen. Noch nicht gleich!« Mr. Parker Dill da und sah ihn an. Elsie kam zurück. »Es scheint eine Rauchbombe gewesen zu sein,« sagte sie atemlos. »Irgendein alberner Streich! Der Schaffner ist fuchsteufelswild! Er fragt jeden!« Sie brach ab und starrte die in ihrem Abteil sitzende Person an. »Mrs Jeffries,« sagte Mr. Parker Pine, »was ist in ihrem scharlachroten Köfferchen?« »Mein Schmuck?« »Vielleicht wären sie so nett und schauten einmal nach, ob noch jedes Stück da ist.« Die slawische Dame gab unverzüglich einen Wortschwall von sich. Sie wechselte ins Französische, um ihre Gefühle besser zum Ausdruck bringen zu können. Elsie hatte derweil ihren Schmuckkoffer aufgehoben. »Oh!« rief sie, »er ist nicht mehr verschlossen.« »Ich portere Plente à la Compagnie des Waggonli,« schloss die slawische Dame. »Er ist fort,« rief Elsie. »Alles, mein Diamantarmband und die Kette, die Paps mir geschenkt hat und die Smaragd- und Rubinringe und ein paar wunderschöne Diamantbroschen. Gott sei Dank habe ich meine Perlen getragen. Oh, Mr. Pine, was sollen wir nur tun?« »Wenn Sie den Schaffner holen würden,« sagte Mr. Parker Pine, werde ich dafür sorgen, dass diese Frau das Abteil nicht verlässt, bevor er hier eintrifft. »Skellerer, Monstre!« kreischte die slawische Dame. Sie ging zu weiteren Beleidigungen über. Der Zug fuhr in Venedig ein. Die Ereignisse der nächsten halben Stunde sollen hier nur kurz zusammengefasst werden. Mr. Parker Pine verhandelte mit mehreren Amtspersonen in mehreren Sprachen und musste eine Schlappe hinnehmen. Die verdächtigte Dame erklärte sich bereit, sich durchsuchen zu lassen und ging ohne einen Makel auf ihrem Leumund Leumund aus dieser Prozedur hervor. Sie trug den Schmuck nicht bei sich. Zwischen Venedig und Triest besprachen Mr. Parker Pine und Elsie den Fall. Wann haben sie ihren Schmuck zum letzten Mal gesehen? Heute Morgen. Ich habe die Saphir-Ohrringe, die ich gestern getragen habe, in den Koffer gelegt und ein paar schlichte Perlen-Ohrringe herausgenommen. Und da waren alle Schmuckstücke noch an ihrem Platz? Nun, ich habe natürlich nicht alles durchgesehen, aber es schien wie immer zu sein. Vielleicht war einer der Ringe nicht da, aber das ist auch schon alles. Mr. Parker Pine nickte. Und als der Schaffner heute Morgen das Abteil aufgeräumt hat? Ich hatte das Köfferchen bei mir, im Speisewagen. Ich nehme es immer mit. Ich habe es nicht einmal aus den Augen gelassen, bevor ich vorhin herausgerannt bin. Und daher, sagte Mr. Parker Pine, muss diese verfolgte Unschuld, Madame Subaiska, oder wie immer sie sich nennt, die Diebin sein. Aber was zum Teufel hat sie mit dem Schmuck gemacht? Sie war nicht länger als anderthalb Minuten hier drin. Gerade genug Zeit, um den Koffer mit einem Zweitschlüssel zu öffnen und alle Stücke heraus zu nehmen? Ja, und was dann? Könnte sie sie einem Komplizen übergeben haben? Kaum möglich. Ich war umgekehrt und habe mich durch den Gang gekämpft. Wenn irgendjemand aus diesem Abteil gekommen wäre, hätte ich ihn gesehen. Vielleicht hat sie sie jemandem durch das Fenster zugeworfen. Eine ausgezeichnete Idee. Doch da fuhren wir just übers Meer. Wir waren auf der Brücke. Dann muss sie sie hier im Abteil versteckt haben. Lassen sie uns suchen. Mit wahrhaft transatlantischem Elan begann Elsie sich umzusehen. Mr. Parker Pine nahm in recht abwesender Manier an der Suche teil. Auf ihren Vorwurf hin, er bemühe sich nicht einmal, schickte er sich an, das Abteil zu verlassen. Ich denke, dass ich ein ziemlich wichtiges Telegramm in Triest aufgeben muss, erklärte er. Elsie nahm die Erklärung kühl entgegen. Mr. Parker Pine war in ihrer Wertschätzung schwer gesunken. Ich fürchte, ich habe sie verärgert, Miss Jeffries. sagte er kleinlaut. Nun, sie waren nicht gerade sehr erfolgreich, gab sie zurück. Aber, meine liebe Dame, sie dürfen nicht vergessen, dass ich kein Detektiv bin. Mit Diebstahl und Verbrechen habe ich nichts am Hut. Das menschliche Herz ist mein Gebet. Als ich diesen Zug bestieg, war ich ein klein wenig unglücklich, sagte Elsie. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was ich jetzt fühle. Ich könnte heulen, mein schönes, schönes Armband und der Schmaragdring, den Edward mir zur Verlobung geschenkt hat. Aber sie sind doch sicherlich gegen Diebstahl versichert, warf Mr. Parker Pine ein. Bin ich das? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich bin ich das. Aber es geht doch um den sentimentalen Wert, Mr. Pine. Der Zug verlangsamte sein Tempo. Mr. Parker Pine sah aus dem Fenster. Triest, sagte er, ich muss mein Telegramm abschicken. Edward. Elsys Gesicht begann zu strahlen, als sie ihren Mann auf dem Bahnsteig in Stambul auf sich zueilen sah. Für einen Moment vergaß sie den Verlust ihres Schmucks. Sie vergaß die merkwürdigen Wörter, die sie auf dem Löschpapier entdeckt hatte. Sie vergaß alles, außer der Tatsache, dass sie ihren Mann zwei Wochen lang nicht gesehen hatte, und er zwar nüchtern und tugendhaft, aber doch sehr attraktiv war. Sie wollten den Bahnhof gerade verlassen, da spürte Elsie ein freundliches Tippen auf ihrer Schulter, und als sie sich umdrehte, sah sie Mr. Parker Pine. Sein nichtssagendes Gesicht strahlte gutmütig. »Mrs. Jeffries, sagte er, würden Sie mich in einer halben Stunde im Hotel Tocadlean besuchen? Ich glaube, ich habe dann gute Nachrichten für sie. Elsie sah Edward unsicher an. Dann stellte sie die beiden Männer einander vor. Das ist mein Mann, Mr. Parker Pine. Wenn ich mich nicht täusche, hat ihnen ihre Frau telegrafiert, dass ihr Schmuck gestohlen wurde, sagte Mr. Parker Pine. Ich habe getan, was ich konnte, um ihn zurückzubekommen. Ich denke, ich könnte ihr in etwa einer halben Stunde mehr sagen. Elsie sah Edward fragend an. Er antwortete umgehend, Du solltest hingehen, Liebes. Das Tocadlean, sagten sie, Mr. Pine. Gut, ich werde dafür sorgen, dass sie dorthin kommt. Nur eine halbe Stunde später wurde Elsie in Mr. Parker Pines Salon geführt. Er erhob sich zur Begrüßung. Sie waren von mir enttäuscht, Mrs. Jeffries, sagte er. Nein, streiten Sie es nicht ab. Nun, ich gebe nicht vor, ein Zauberer zu sein, aber ich tue, was ich kann. Werfen Sie einen Blick hier herein. Erreichte ihr eine kleine, stabile Pappschachtel über den Tisch. Elsie öffnete sie. Ringe, Broschen, Armbänder, Ketten, alle Stücke waren da. Mr. Pine, wie wundervoll, wie, wie, wie zu schön. Mr. Parker Pine lächelte bescheiden. Ich bin froh, dass ich Sie nicht enttäuscht habe, meine liebe junge Dame. Oh, Mr. Pine, jetzt fühle ich mich ganz furchtbar. Seit Triest war ich so gemein zu Ihnen, und nun das. Aber wie haben Sie meinen Schmuck wiedergefunden? Wann? Wo? Mr. Parker Pine schüttelte nachdenklich den Kopf. Es ist eine lange Geschichte, sagte er. Vielleicht bekommen Sie sie eines Tages zu hören. Wahrscheinlich hören Sie sie schon ziemlich bald. Warum nicht schon jetzt? Das hat seine Gründe, erwiderte Mr. Parker Pine. Und Elsie musste gehen, ohne ihre Neugier gestillt zu haben. Nachdem sie fort war, nahm Mr. Parker Pine Hut und Stock und ging in die Straßen von Perra hinaus. Er spazierte in sich hinein, lächelnd bis zu einem kleinen Café, mit Blick über das goldene Horn, in dem gerade niemand saß. Am gegenüberliegenden Ufer zeigten die Moscheen von Stambul ihre schlanken Minarette vor dem Nachmittagshimmel. Es war wunderschön. Mr. Parker Pine nahm Platz und bestellte zweimal Kaffee. Er wurde dick und süß serviert. Er hatte gerade an seinem genippt, als ein Mann auf den zweiten Stuhl glitt. Es war Edward Jeffries. Ich habe Ihnen etwas Kaffee bestellt, sagte Mr. Parker Pine und deutete auf die kleine Tasse. Edward schob den Kaffee beiseite. Er lehnte sich über den Tisch. Wie sind Sie darauf gekommen? fragte er. Mr. Parker Pine nippte träumerisch an seinem Kaffee. Ihre Frau wird Ihnen erzählt haben, was sie auf dem Löschpapier entdeckt hat? Nein? Oh, aber sie wird es Ihnen erzählen. Sie hat es für den Moment nur verdrängt. Er beschrieb Elsies Entdeckung. Nun, das passte perfekt zu dem merkwürdigen Vorfall, der sich kurz vor Venedig ereignete. Aus irgendeinem Grund planten sie, den Schmuck ihrer Frau zu stehlen. Aber warum stand da, kurz vor Venedig wäre die beste Gelegenheit? Das schien unsinnig. Warum überließen sie es nicht ihrer Bevollmächtigten, die passende Zeit und den besten Ort zu wählen? Und dann verstand ich es mit einem Mal. Der Schmuck ihrer Frau wurde gestohlen, bevor sie aus London abreisten und durch wertlose Replikate ersetzt. Aber diese Lösung befriedigte sie nicht. Sie sind ein hochherziger, gewissenhafter junger Mann. Sie wollten auf keinen Fall, dass einer der Bediensteten oder eine andere unschuldige Person verdächtigt würde. Es musste einen Diebstahl geben. An einem Ort und in einer Weise, die nicht den geringsten Verdacht auf einen ihrer Bekannten oder einen Angehörigen ihres Haushalts fallen ließ. Ihre Komplizin bekommt einen Schlüssel für den Schmuckkoffer und eine Rauchbombe. Im rechten Moment schlägt sie Alarm, schlüpft in das Abteil ihrer Frau, öffnet den Schmuckkoffer und wirft die wertlosen Replikate ins Meer. Selbst wenn man sie verdächtigt und durchsucht, kann ihr nichts nachgewiesen werden, denn der Schmuck ist nicht in ihrem Besitz. Und nun erschließt war, warum der Ort gewählt wurde. Und wäre der Schmuck neben die Schienen geworfen worden, hätte man ihn finden können. Es musste also in dem Moment geschehen, als der Zug übers Meer fuhr. In der Zwischenzeit treffen sie Vorkehrungen, um den Schmuck hier zu verkaufen. Sie müssen die Steine nur übergeben, nachdem der Raub stattgefunden hat. Mein Telegramm hat sie jedoch noch rechtzeitig erreicht. Sie sind meinen Anweisungen gefolgt und haben die Schachtel mit dem Schmuck im Toccatlian bis zu meiner Ankunft aufbewahren lassen, denn sie wussten, dass ich andernfalls meine Drohung wahrmachen und die Angelegenheit in die Hände der Polizei legen würde. Die Anweisung, mich hier zu treffen, haben sie ebenfalls befolgt. Edward Jeffery sah Mr. Parker Pine bittend an. Er war ein gut aussehender junger Mann, groß und blond, mit einem runden Kinn und sehr runden Augen. Wie kann ich Ihnen das nur begreiflich machen? fragte er hoffnungslos. Sie müssen mich für einen gewöhnlichen Dieb halten. Aber nicht doch, erwiderte Mr. Parker Pine. Ganz im Gegenteil, ich geradezu quälend ehrlichen Mann. Ich bin daran gewöhnt, Typen zu klassifizieren. Sie, mein werter Herr, fallen selbstverständlich in die Kategorie der Opfer. Und jetzt erzählen Sie mal die ganze Geschichte. Die kann ich Ihnen in einem Wort erzählen. Erpressung. Ja, Sie haben meine Frau kennengelernt. Sie wissen, was für ein reines, unschuldiges Wesen sie ist. Sie denkt nichts Böses und weiß von nichts Bösem. Gewiss. Sie hat die herrlichsten, reinsten Ideale. Wenn sie herausfände, wenn sie irgendetwas von dem herausfände, was ich getan habe, würde sie mich verlassen. Meinen Sie? Aber darum geht es nicht. Was haben Sie getan, mein junger Freund? Ich nehme an, es geht um eine Affäre mit einer anderen Frau. Edward Jeffries nickte. Während ihrer Ehe oder davor? Davor? Oh, davor! So, so. Was ist passiert? Nichts? Überhaupt nichts? Das ist ja das Schreckliche daran. Es war in einem Hotel auf den westindischen Inseln. Eine sehr attraktive Frau, eine Mrs. Rossiter, war dort abgestiegen. Ihr Ehemann war gewalttätig, er hatte die furchtbarsten Wutausbrüche. Eines Nachts hat er sie mit dem Revolver bedroht, sie entfloh ihm und kam in mein Zimmer. Sie war halb wahnsinnig vor Angst. Sie bat mich, bis zum Morgen in meinem Zimmer bleiben zu dürfen. Was hätte ich tun sollen? Mr. Parker Pine betrachtete den jungen Mann und der junge Mann erwiderte den Blick Parker Pine seufzte. In anderen Worten und ohne Umschweife, man hat einen Narren aus ihnen gemacht, Mr. Jeffreys. Wirklich? Oh ja, ein sehr alter Trick, aber bei idealistischen jungen Männern funktioniert er immer noch. Ich nehme an, die Daumenschraube wurde angezogen, als ihre bevorstehende Hochzeit angekündigt wurde. Ja, ich erhielt einen Brief. Wenn ich nicht eine bestimmte Summe Geldes schickte, würde mein zukünftiger Schwiegervater alles erfahren, wie ich diese junge Frau umgarnt und von ihrem Ehemann entfremdet hätte, dass man sie gesehen habe, als sie mein Zimmer verließ. Der Ehemann würde die Scheidung einreichen, wirklich, Mr. Pine, man ließ mich wie den gemeinsten Schuft dastehen. Er Ja, ja, ich weiß. Sie haben also bezahlt und von Zeit zu Zeit wurde die Daumenschraube wieder angelegt. Genau, dieses Mal haben sie es auf die Spitze getrieben. Unser Geschäft hat unter der Wirtschaftskrise arg gelitten. Ich konnte einfach nicht genug Bargeld auftreiben. Und da habe ich mir diesen Plan ausgedacht. Er nahm seine Tasse, betrachtete geistesabwesend den kalten Kaffee, und trank ihn. Was soll ich jetzt tun? fragte er in pathetischem Ton. Was soll ich nur tun, Mr. Pine? Sie werden meinem Rat folgen, sagte Parker Pine bestimmt. Ich werde mir ihre Peiniger vorknöpfen. Und was ihre Frau anbelangt, so werden sie jetzt sofort zu ihr gehen und ihr die Wahrheit sagen, oder zumindest einen Teil derselben. Der einzige Punkt, an dem sie von der Wahrheit abweichen, betrifft das tatsächliche Geschehen auf den westindischen Inseln. Sie müssen ihr die Tatsache, dass man aus ihnen, nun, wie ich bereits sagte, einen Narren gemacht hat, verschweigen. Aber, mein lieber Mr. Jeffries, Sie verstehen die Frauen nicht. Wenn eine Frau zwischen einem Narren und einem Don Juan wählen muss, wird sie immer den Don Juan wählen. Ihre Gattin Mr. Jeffries ist eine bezaubernde, unschuldige, hochsinnige junge Frau. Und wenn das Leben mit ihnen sie glücklich machen soll, dann muss sie glauben, dass sie einen schweren Nöter bekehrt hat. Edward Jeffries starrte ihn mit offenem Mund an. Ich meine, was ich sage, sagte Mr. Parker Pine. Augenblicklich ist ihre Frau in sie verliebt. Doch ich sehe Anzeichen dafür, dass dieser Zustand nicht anhalten wird, wenn sie ihr weiterhin als Abbild edler Güte und Rechtschaffenheit, das quasi gleichbedeutend mit Fartheit ist, erscheinen. Edward zuckte zusammen. Gehen Sie zu, ihr mein Junge, sagte Mr. Parker Pine freundlich. Gestehen Sie das heißt alles, was Sie sich vorstellen können. Und dann erklären sie ihr, dass sie von dem Moment an, da sie sie trafen, dieses alte Leben aufgegeben haben. Sie haben sogar gestohlen, damit sie niemals davon erfahren sollte. Sie wird ihnen begeistert vergeben. Aber wenn es doch eigentlich gar nichts zu vergeben gibt? Was ist denn die Wahrheit? fragte Mr. Parker Pine. Meiner Erfahrung nach bringt sie für gewöhnlich nichts als Ärger. Es ist ein fundamentaler Grundsatz des Ehelebens, dass man eine Frau belügen muss. Es gefällt ihr. Gehen Sie und lassen Sie sich vergeben, mein Junge, und leben Sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ich wage zu behaupten, dass Ihre Gattin in Zukunft ein wachsames Auge auf Sie haben wird, wann immer eine hübsche Frau auftaucht. Manche Männer störte das, doch ich denke, sie nicht. Die einzige Frau, auf die ich ein Auge haben will, ist Elsie, erklärte Mr. Jeffries schlicht. Großartig, mein Junge, sagte Mr. Parker Pine, aber an ihrer Stelle ließe ich sie das nicht merken. Keiner Frau gefällt es, wenn sie glaubt, eine zu leichte Aufgabe übernommen zu haben. Edward Jeffries erhob sich. Sie glauben wirklich? Ich weiß es, sagte Mr. Parker Pine mit Nachdruck. Das Tor nach Bagdad »Vier gewaltige Tore hat die Stadt Damaskus«, leise rezitierte Mr. Parker Pine die Zeilen von James Elroy Flecker. »Schleichpforte des Schicksals, Wüstentor, Höhle des Unheils, Festung der Angst, das Tor nach Bagdad bin ich, Pforte nach Djarbegir.« Er stand in den Straßen von Damaskus und sah vor dem Orient Hotel eines der monströsen sechsrädrigen Pulmen Automobile parken, das ihn und elf weitere Passagiere am nächsten Morgen durch die Wüste nach Bagdad bringen sollte. »Zieh nicht hindurch, o Karawane, doch ziehst du hindurch, so singe nicht, hörtet ihr die Stille, da die Vögel tot sind, und doch ruft es wie ein Vogel. Zieh hinaus, o Karawane, Karawane des Verderbens, Karawane des Todes!« Heute sah es anders aus, doch einstmals war das Tor nach Bagdad das Tor des Todes. Vierhundert Meilen Wüste mussten die Karawanen durchqueren, lange, beschwerliche Monate der Reise. Heute legten die allgegenwärtigen mit Benzin gefütterten Ungetüme die Strecke in 36 Stunden zurück. »Was haben Sie gesagt, Mr. Parker Pine?« Es war die eifrige Stimme von Miss Netta Price, der jüngsten und charmantesten Angehörigen der Touristenrasse. Obwohl sie mit einer gestrengen Tante, die der Anflug eines Bartes und der Durst nach biblischem Wissen auszeichnete, geschlagen war, gelang es Netta, sich auf leichtsinnige Art und Weise, welche die ältere Miss Price höchstwahrscheinlich nicht zu schätzen wüsste, mannigfaltig zu amüsieren. Mr. Parker Pine rezitierte erneut Fleckers Zeilen. »Wie aufregend!« sagte Netta. Drei Männer in Uniformen der Royal Air Force standen ganz in der Nähe und einer von ihnen, ein Bewunderer von Netta, mischte sich nun ein. »Die Reise ist noch immer nicht ohne Nervenkitzel«, sagte er. »Selbst heutzutage wird der Konvoi noch ab und an von Banditen beschossen. Und dann kann man sich natürlich auch verfahren. Das passiert schon mal. Ein Knabe irrte fünf Tage lang durch die Wüste. glücklicherweise hatte er reichlich Wasser dabei. Und dann sind da die Huckel. Das sind vielleicht Huckel. Einen Mann haben sie umgebracht. Das ist die reine Wahrheit. Er war eingeschlafen und stieß mit dem Kopf an die Decke des Automobils und das hat ihn umgebracht. »Im sechsräderigen Pullman, Mr. O'Rourke?« fragte die ältere Miss Price. »Nein, nicht im Pullman,« gestand der junge Mann ein. »Aber wir müssen uns noch die Sehenswürdigkeiten anschauen,« rief Netta. Ihre Tante zog einen Reiseführer hervor. Netta rückte von ihr ab. »Sie will garantiert, dass ich diese Stelle an der Mauer besichtige, an der man den heiligen Paulus heruntergelassen hat,« flüsterte sie. »Aber ich möchte doch so gerne die Bazaare ansehen.« O'Rourke reagierte sofort. »Kommen Sie mit mir, wir beginnen in der Straße, die man die Gerade nennt.« Sie schlenderten davon. Mr. Parker Pine wandte sich einem stillen Mann zu, der neben ihm stand. Hensley war sein Name. Er arbeitete im Bauamt von Bagdad. Damaskus ist ein wenig enttäuschend, wenn man die Stadt zum ersten Mal sieht, sagte er entschuldigend, recht zivilisiert, Trambahnen und moderne Häuser und Geschäfte. Hensley nickte. Er machte nicht viele Worte. Da wähnen sie sich am Ende der Welt und dann nichts, brachte er hervor. Ein anderer Mann kam herangeschlendert, ein blonder junger Mann, der eine alte Eton Krawatte trug. Er hatte ein liebenswürdiges, aber etwas nicht sagendes Gesicht, das in diesem Moment besorgt aussah. Er war in derselben Dienststelle wie Hensley. Hallo Smethurst, sagte sein Freund. Irgendwas verloren? Captain Smethurst schüttelte den Kopf. Er war ein junger Mann von etwas langsamem Verstand. Seh mich nur um, sagte er vage. Dann schien er sich zusammen zu reißen. Heute Abend sollten wir eine Sauftour machen, was? Die beiden Freunde gingen zusammen fort. Mr. Parker Pine kaufte eine Lokalzeitung, die auf Französisch gedruckt war. Er fand sie nicht sonderlich interessant. Die Lokalnachrichten sagten ihm nichts und anderswo schien sich nichts Wichtiges ereignet zu haben. Er stieß auf ein paar Absätze, die mit Landre überschrieben waren. Der Erste befasste sich mit Finanzangelegenheiten. Der Zweite beschäftigte sich mit dem möglichen Reiseziel von Mr. Samuel Long, dem abgängigen Bankier, die von ihm veruntreute Summe belief sich auf drei Millionen Pfund und es wurde gemunkelt, er habe Südamerika erreicht. Nicht schlecht für einen Mann, der gerade erst dreißig geworden ist, sagte Mr. Parker Pine zu sich selbst. Wie meinen? Parker Pine wandte sich um und sah sich einem italienischen General gegenüber, der mit ihm auf dem selben Schiff von Brindisi nach Beirut gefahren war. Mr. Parker Pine erläuterte die Bemerkung. Der italienische General nickte mehrmals mit dem Kopf. Er ist ein ausgemachter Krimineller, dieser Mann. Selbst in Italien waren wir betroffen. Er hat auf der ganzen Welt Vertrauen erweckt. Er kommt aus gutem Hause, heißt es. Nun, er besuchte Eton und Oxford, erwiderte Mr. Parker Pine zurückhaltend. Wird man ihn schnappen? Was meinen sie? Kommt darauf an, wie viel Vorsprung er hat. Er könnte immer noch in England sein. Er könnte überall sein. Etwa hier? Unter uns? Der General lachte. Gut möglich. Mr. Parker Pine blieb ernst. Vielleicht General bin ich's? Der General warf ihm einen alarmierten Blick zu. Dann entspannten sich seine olivbraunen Gesichtszüge zu einem verstehenden Lächeln. Ah, das ist sehr gut, wirklich sehr gut, aber sie... Seine Augen wanderten von Mr. Parker Pines Gesicht abwärts. Mr. Parker Pine interpretierte den Blick richtig. Sie dürfen nicht nach der äußeren Erscheinung urteilen, sagte er. Ein kleiner, zusätzlicher, en bon point ist leicht zu erwerben und hat eine bemerkenswerte alternde Wirkung. Träumerisch fügte er hinzu, und dann wären da selbstverständlich noch Haarfärbemittel, Theaterschminke oder sogar eine neue Staatszugehörigkeit. General Pauly empfahl sich voller Zweifel. Er wußte nie, wann die Engländer es ernst meinten. Mr. Parker Pine amüsierte sich an diesem Abend mit einem Kinobesuch. Anschließend lotste man ihn in einen nächtlichen Palast der Lustbarkeiten. Ihm schien, es sei weder ein Palast noch lustvoll. Diverse Damen tanzten mit einem eindeutigen Mangel an Werf. Der Applaus war matt. Plötzlich erblickte Mr. Parker Pine den jungen Smethurst. Er saß allein an einem Tisch. Sein Gesicht war gerötet und Mr. Parker Pine dachte sich, dass er bereits mehr getrunken hatte, als gut für ihn war. Er ging zu dem jungen Mann hinüber und setzte sich zu ihm. Skandalös, wie einen diese Mädchen behandeln, sagte Captain Smethurst trübsinnig. Habe ihr zwei Drinks ausgegeben, drei Drinks, eine Menge Drinks und dann zieht sie lachend mit einem anderen Kerl ab. Ein Skandal nenne sich das. Mr. Parker Pine drückte sein Mitgefühl aus. Er empfahl Kaffee. Habe schon Arak bestellt, sagte Smethurst. Prima gesöfft, sollten sie mal probieren. Mr. Parker Pine wusste das ein oder andere über die Eigenschaften des Arak. Er bediente sich seines Feingefühls. Smethurst schüttelte dennoch den Kopf. Ich stecke in der Zinse, sagte er, muss mich aufheitern. Weiß nicht, was Sie an meiner Stelle täten. Man will doch einen Kumpel nicht in Schwierigkeiten bringen, oder? Ich meine, was soll tun? Er musterte Mr. Parker Pine als sähe er ihn zum ersten Mal. Wer sind Sie? fragte er mit einer Barschheit, die seinem Alkoholkonsum geschuldet war. Was machen Sie? Den Vertrauenstrick erwiderte Mr. Parker Pine sanft. Smethurst betrachtete ihn mit lebhaftem Interesse. Was? Sie auch? Mr. Parker Pine zog einen Zeitungsausschnitt aus seiner Brieftasche. Er legte ihn vor Smethurst auf den Tisch. Sind Sie unglücklich? Falls ja, konsultieren Sie Mr. Parker Pine. Smethurst erfasste es nach mehreren vergeblichen Anläufen. Teufel auch, stieß er hervor. Sie wollen die Leute kommen zu Ihnen und erzählen Ihnen Sachen? Sie vertrauen sich mir an. Ja. Haufen idiotischer Frauen nehme ich an. Sehr viele Frauen, ja, gab Mr. Parker Pine zu, aber auch Männer. Wie steht's mit Ihnen, mein junger Freund? Sie wollten einen Rat? Halten Sie Ihre verfluchte Klappe, sagte Captain Smethurst. Geht niemanden was an, nur mich. Wo bleibt der gottverfluchte Arak? Mr. Parker Pine schüttelte traurig den Kopf. Er verbuchte Captain Smethurst unter Fehlschlag. Der Konvoi nach Bagdad setzte sich am nächsten Morgen um sieben Uhr in Bewegung. In ihrer Reisegruppe waren sie zu zwölft, Mr. Parker Pine und General Pauley, Miss Price und ihre Nichte, die drei Offiziere der Royal Air Force, Smethurst und Hensley, sowie eine armenische Mutter mit Sohn, deren Name Pentemian war. Die Reise begann ereignislos. Die Obstbäume von Damaskus lagen bald hinter ihnen. Der Himmel war bewölkt und der junge Fahrer warf ein, zwei zweifelnde Blicke zu ihm hinauf. Er tauschte sich mit Hensley aus. In Darutba hat es ordentlich geregnet, hoffentlich bleiben wir nicht strecken. Gegen Mittag machten sie Rast und es wurden rechteckige Pappschachteln mit Essen verteilt. Die Tee, der in Papptassen serviert wurde. Dann fuhren sie weiter durch die flache, unendliche Landschaft. Mr. Parker Pine dachte an langsame Karawanen und lange Wochen des Unterwegsseins. Just vor Sonnenuntergang erreichten sie das Wüsten vor Ruttba. Die großen Tore waren nicht verriegelt. Der Pullman passierte sie und fuhr in den Innenhof des Vohrs. Wie aufregend, sagte Netta. Nachdem sie sich frisch gemacht hatte, verspürte sie Lust auf einen kleinen Spaziergang. Flieger Hauptmann O'Rourke und Mr. Parker Pine boten sich als Begleitung an. Als sie aufbrachen, kam der Wirt zu ihnen und bat sie, sich nicht zu weit zu entfernen, könnte es doch in der Dunkelheit schwierig werden, den Weg zurückzufinden. Wir gehen nicht weit, versprach O'Rourke. Der Spaziergang war nicht sonderlich interessant, denn die Umgebung war eintönig. Einmal blieb Mr. Parker Pine stehen und hob etwas auf. Was ist das? fragte Netta neugierig. Er zeigte es ihr. Ein prähistorischer Flintstein, Miss Price, ein Bohrer. Haben sie sich damit gegenseitig umgebracht? Nein, er hatte einen friedlichen Zweck, aber ich denke, sie hätten damit töten können, wenn sie es darauf angelegt hätten. Was zählt, ist der Wunsch zu töten. Das Instrument spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Irgendetwas findet man immer. Es wurde dunkel und sie beeilten sich, zum Vor zurückzukommen. Nach dem Dinner mit mehreren Gängen aus der Dose saßen sie beisammen und rauchten. Um Mitternacht sollte der Pulmen weiterfahren. Der Fahrer sah besorgt aus. Nicht weit von hier ist die Straße im schlechten Zustand, sagte er. Vielleicht bleiben wir stecken. Sie kletterten in das riesige Automobil und machten es sich bequem. Miss Price war verärgert, weil sie nicht an ihre Koffer herankam. Ich möchte meine Pantoffeln haben, sagte sie. Gummistiefel könnten sie eher brauchen, meinte Smethurst. Wenn ich mich nicht täusche, werden wir in einem Meer aus Schlamm stecken bleiben. Ich habe nicht einmal ein zweites Paar Strümpfe dabei, sagte Netta. Das macht nichts, sie bleiben sitzen, nur das stärkere Geschlecht muss aussteigen und wuchten. Habe immer Ersatzsocken dabei, sagte Hensley und tätschelte seine Manteltasche. Man weiß nie. Die Lichter wurden ausgemacht. Das gewaltige Automobil fuhr in die Nacht hinaus. Die Fahrt verlief nicht sehr angenehm. Sie wurden zwar nicht wie in einem Tourenwagen hin und her geworfen, rumpelten aber hin und wieder über einen üblen Huckel. Mr. Parker Pine saß auf einem der vorderen Sitze. Auf der anderen Seite des Gangs saß die armenische Dame in Decken und Schals gewickelt. Ihr Sohn saß hinter ihr. Hinter Parker Pine saßen die beiden Miss Price, der General Smethurst Hensley und die Luftwaffenoffiziere saßen hinten. Das Automobil fuhr weiter durch die Nacht. Mr. Parker Pine konnte nicht einschlafen. Seine Sitzhaltung war verkrampft. Die Füße der armenischen Dame waren ausgestreckt und drangen in seine Sphäre ein. Sie immerhin hatte es bequem. Außer ihm schienen alle zu schlafen. Mr. Parker Pine spürte, wie die Müdigkeit ihn übermannte, als ihn ein plötzlicher Schlag gegen das Dach des Wagens schleuderte. Er hörte einen schläfrigen Protest aus dem hinteren Teil des Pullmans. Sachte wollen Sie uns den Hals brechen? Danach kehrte die Müdigkeit zurück. Nur wenige Minuten später, den Hals unbequem geneigt, schlief Mr. Parker Pine. Er erwachte mit einem Ruck. Der Pullman hatte angehalten. Ein paar der Männer stiegen aus. Hensley erklärte knapp, stecken fest. Begierig darauf alles zu sehen, was es zu sehen gab, trat Mr. Parker Pine vorsichtig hinaus in den Schlamm. Es regnete nicht mehr. Es schien sogar der Mond und in seinem Licht sah man die Fahrer hektisch mit Wagenhebern und Steinen hantieren, um die Räder zu befreien. Fast alle Männer packten mit an. Aus den Fenstern des Pullmans sahen die drei Frauen heraus. Miss Price und Netta mit Interesse, die armenische Dame mit kaum verholener Abscheu. Auf das Kommando ihres Fahrers hin hoben die männlichen Passagiere gehorsam ein Rat an. Wo ist eigentlich dieser armenische Knabe? Wollte O'Rourke wissen. Wärmt sich weiter gemütlich die Füße wie eine Katze, der soll auch mal rauskommen. Und Captain Smethurst auch, bemerkte General Pauly. Er ist nicht bei uns. Der Nichtsnutz schläft immer noch. Sehen Sie sich den an. Und tatsächlich, Smethurst saß noch immer auf seinem Sitz. Sein Kopf war nach vorn gefallen, sein Körper zusammengesunken. Den weck ich schon auf, sagte O'Rourke. Er schwang sich durch die Tür in den Wagen. Eine Minute später tauchte er wieder auf. Seine Stimme klang anders. Also, ich glaube, er ist krank oder so. Wo ist der Doktor? Major Loftes, Militärarzt bei der Royal Air Force, ein ruhig wirkender Mann mit ergrauendem Haar löste sich aus der Gruppe, die am Rad stand. Was hat er denn? fragte er. Ich weiß es nicht. Der Arzt stieg in den Wagen. O'Rourke und Parker Pine folgten ihm. Er beugte sich über die zusammengesunkene Gestalt. Ein Blick, eine Berührung genügten. Er ist tot, sagte er leise. Schauen rückten näher. Pulmen konnte der Arzt seine genaue Untersuchung durchführen. Die Männer machten sich wieder daran, den Wagen anzuheben. Bald darauf stieg die Sonne über den Horizont. Es war ein herrlicher Tag. Der Schlamm trocknete schnell, der Wagen aber steckte immer noch fest. Drei Wagenheber waren gebrochen und bisher hatte keine Anstrengung zum Erfolg geführt. Der Fahrer begann das Frühstück zuzubereiten. Er öffnete Wurstdosen und kochte das Wasser für den Tee. Etwas abseits gab Major Loftes seinen Befund kund. Er hatte keine Kratzer oder Wunden. Wie ich bereits sagte, er muss mit dem Kopf gegen die Decke gestoßen sein. Sie glauben also, er starb eines natürlichen Todes? fragte Mr. Parker Pine. In seiner Stimme schwang etwas mit, das den Arzt einen schnellen Blick auf ihn werfen ließ. Es gibt nur noch eine andere Möglichkeit. Ja? Nun, irgendjemand könnte ihm mit so etwas wie einem Sandsack auf den Hinterkopf geschlagen haben. Seine Stimme klang bedauernd. Ziemlich unwahrscheinlich, sagte Williamson, der dritte Luftwaffenoffizier. Er war ein engelsgleicher junger Mann. Ich meine, niemand könnte das getan haben, ohne dass wir es bemerkt hätten. Und wenn wir geschlafen hätten, wandte der Arzt ein. Darauf konnte sich der Kerl nicht verlassen, gab der andere zu bedenken. Beim Aufstehen und allem drum und dran hätte er einen von uns geweckt. Nur jemand, sagte General Pauly, der direkt hinter ihm saß, hätte es tun können. Er hätte den richtigen Moment abwarten können und nicht einmal aufstehen müssen. Wer saß hinter Captain Smethurst? fragte der Arzt. O'Rourkes Antwort kam prompt. Hensley, Sir, damit ist die Theorie im Eimer. Hensley war Smethursts bester Freund. Stille trat ein. Dann erhob sich Mr. Parker Pines Stimme mit ruhiger Bestimmtheit. Ich denke, sagte er, dass Fliegerhauptmann Williamson uns etwas zu sagen hat. Ich, Sir, ich also raus damit Williamson, sagte O'Rourke. Das hat nichts zu bedeuten, wirklich, überhaupt nichts. Raus damit. Es ist nur ein Gesprächsfetzen, den ich aufgeschnappt habe. In Ruth Bar, im Hof. Ich bin auch mal zum Pullman raus gegangen, um nach meinem Zigarettenetuit zu suchen, das ich Einer von ihnen war Smethurst. Er sagte, er sprach nicht weiter. Na los, Mann, raus damit! So etwas wie, er wollte einen Kumpel nicht im Stich lassen. Er klang ziemlich gequält. Dann sagte er, bis Bagdad halte ich den Mund, aber nicht eine Sekunde länger. Du musst zusehen, dass du dich schnell davon machst. Und der andere Mann? Ich weiß es nicht, Sir. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Es war dunkel, und er hat nur ein, zwei Worte gesagt, und die habe ich nicht verstanden. Wer von ihnen kannte es Matt Hörst gut. Ich glaube nicht, dass die Bezeichnung ein Kumpel auf irgendeinen anderen als Hensley passt, sagte O'Rourke langsam. Ich habe Smethurst gekannt, aber nicht sehr gut. Williamson ist gerade erst hierher versetzt worden, und Major Loftes auch. Ich glaube nicht, dass einer der beiden ihn vorher schon mal getroffen hat. Beide Männer bestätigten diese Vermutung. Und Sie, General? Ich habe den jungen Mann das erste Mal gesehen, als wir im selben Wagen von Beirut aus durch den Libanon fuhren. Und dieser armenische Ganove, der könnte unmöglich ein Kumpel sein, sagte O'Rourke mit Nachdruck, und kein Armenier hätte den Mut, irgendjemanden umzubringen. Ich habe vielleicht noch ein kleines zusätzliches Beweisstück beizutragen. sagte Mr. Parker Pine. Er berichtete von der Unterhaltung, die er mit Smethurst in dem Etablissement in Damaskus geführt hatte. Er hat möchte einen Kumpel nicht in Schwierigkeiten bringen gesagt, meinte O'Rourke nachdenklich, und er wirkte gequält. »Hat hat noch jemand etwas beizutragen?« fragte Mr. Parker Pine. Der Arzt hüstelte. »Es mag nichts damit zu tun haben,« hob er an. Man ermunterte ihn. »Es ist nur so. Ich habe gehört, wie Smethurst zu Hensley sagte, »Du kannst doch nicht abstreiten, dass es einen gewissen Schwund in deiner Abteilung gibt.« »Wann war das?« »Kurz bevor wir gestern Morgen aus Damaskus aufgebrochen sind. Ich dachte, sie würden nur Dienstliches besprechen. Ich dachte doch nicht.« Er verstummte. »Meine Freunde, das ist interessant,« sagte der General. »Stück für Stück tragen Sie die Beweise zusammen. Sie sprachen von einem Sandsack, Doktor,« sagte Mr. Parker Pine. »Könnte ein Mann solch eine Waffe fabrizieren?« »Reichlich Sand,« erwiderte der Arzt trocken. Er hob eine Handvoll auf, während er sprach. »Wenn man welchen in eine Socke füllt,« begann O'Rourke und zögerte dann. Jeder erinnerte sich an die beiden kurzen Sätze, die Hensley am Abend zuvor gesagt hatte. »Habe immer Ersatzsocken dabei. Man weiß nie.« Stille breitete sich aus. Dann sagte Mr. Parker Pine leise, »Major Loftus, ich glaube, Mr. Hensleys Ersatzsocken befinden sich in der Tasche seines Mantels, der jetzt im Wagen liegt.« Ihre Blicke richteten sich eine Weile lang auf die niedergeschlagene Gestalt, die am Horizont auf- und abwanderte. Hensley hatte sich seit der Entdeckung des Toten von ihnen ferngehalten. Seinen Wunsch, allein zu sein, hatte man respektiert, da man wusste, dass er und der Tote beste Freunde gewesen waren. Mr. Parker Pine fuhr fort. »Würden Sie sie holen und herbringen?« Der Arzt zögerte. »Gefällt mir nicht«, murmelte er. Er betrachtete die hin- und herwandernde Gestalt erneut. »Scheint etwas hinterhält dich. Sie müssen sie holen, bitte«, sagte Mr. Parker Pine. »Die Umstände sind ungewöhnlich, wir sitzen hier fest, und wir müssen die Wahrheit herausfinden. Wenn Sie uns diese Socken bringen, werden wir ihr, so denke ich, einen Schritt näher kommen.« Loftes ging ergeben davon. Mr. Parker Pine zog General Pohly einen Schritt beiseite. »General, ich glaube, Sie saßen Captain Smethurst am Gang gegenüber.« »Das stimmt. Ist irgendjemand aufgestanden und durch den Wagen gegangen?« »Nur die englische Dame, Miss Price. Sie ist nach hinten gegangen, wo man sich die Hände waschen kann.« »Ist sie dabei mal gestolpert? Sie taumelte natürlich, der Wagen ruckelte schließlich. Und sie war die einzige Person, die sie herumgehen sahen?« »Ja.« Der General sah ihn neugierig an und meinte, »Ich wüsste doch gern, wer Sie sind. Sie übernehmen das Kommando, aber Sie sind kein Soldat.« »Ich habe in meinem Leben schon viel gesehen,« sagte Mr. Parker Pine. »Sie sind gereist, wie?« »Nein«, sagte Mr. Parker Pine. »Ich habe in meinem Büro gesessen.« Loftes kam mit den Socken zurück. Mr. Parker Pine nahm sie ihm aus der Hand und untersuchte sie. An der Innenseite der einen klebte noch immer nasser Sand. Mr. Parker Pine holte tief Luft. »Jetzt weiß ich Bescheid,« sagte er. Alle Augen richteten sich auf die hin und her wandernde Gestalt am Horizont. »Ich würde mir gerne den Leichnam ansehen, wenn ich darf,« sagte Mr. Parker Pine. Er ging mit dem Arzt zu der Stelle, an der man Smethursts Leichnam abgelegt und mit einer Plane bedeckt hatte. Der Arzt zog die Plane fort. »Da gibt es nichts zu sehen,« sagte er. Doch Mr. Parker Pines Augen waren starr auf die Krawatte des Toten gerichtet. Smethurst war also in Eton, sagte er. Loftes sah überrascht aus. Dann überraschte Mr. Parker Pine ihn noch mehr. »Was wissen Sie über den jungen Williamson? fragte er. »Nichts. Ich habe ihn in Beirut zum ersten Mal getroffen. Ich kam aus Ägypten. Aber warum? Sie meinen doch nicht. Nun ja, wir lassen einen Mann aufgrund seiner Aussage hängen, oder nicht?« sagte Mr. Parker Pine fröhlich. »Man kann nicht vorsichtig genug sein.« Er schien sich noch immer für die Krawatte und den Kragen des Toten zu interessieren. Er öffnete die Knöpfe und nahm den Kragen ab. Dann rief er aus. »Sehen Sie das?« An der Rückseite des Kragens war ein kleiner, runder Blutfleck. Er betrachtete den unbedeckten Nacken eingehender. »Dieser Mann wurde nicht durch einen Schlag auf den Kopf getötet,« erklärte er energisch. Er wurde erstochen an der Schädelbasis. Man kann die winzige Stichwunde gerade so erkennen. »Und ich habe sie übersehen.« »Sie hatten ihre vorgefasste Meinung,« sagte Mr. Parker Pine nachsichtig. »Ein Schlag auf den Kopf. Man kann das leicht übersehen. Die Wunde ist kaum zu erkennen. Ein schneller Stoß mit einem kleinen scharfen Gegenstand und der Tod tritt auf der Stelle ein. Das Opfer kann nicht einmal schreien. Sie meinen ein Stilett? Sie denken, der General? Italiener und Stiletts passen in der Fantasie vieler Leute gut zusammen. Hallo! Da kommt ein Wagen! Ein Tourenwagen war am Horizont aufgetaucht. »Gut,« sagte O'Rourke, der sich eben zu ihnen gesellte. »Die Damen können mit dem weiterfahren.« »Und was ist mit unserem Mörder?« fragte Mr. Parker Pine. »Sie meinen Hensley? Nein, ich meine nicht Hensley,« sagte Mr. Parker Pine. »Ich weiß zufällig, dass Hensley unschuldig ist.« »Sie...« »Aber warum?« »Nun sehen Sie, er hat Sand in seiner Socke.« O'Rourke O'Rourke stierte ihn an. »Ich weiß, mein Junge,« sagte Mr. Parker Pine sanft, »das erscheint unsinnig. Ist es aber nicht. Smethurst hat keinen Schlag auf den Kopf bekommen, wissen Sie, er wurde erstochen.« Er schwieg einen Moment und fuhr dann fort. »Denken Sie doch mal an die Unterhaltung zurück, von der ich Ihnen erzählt habe. Die Unterhaltung, die wir in diesem Etablissement hatten. Sie haben sich die Worte herausgepickt, die Ihnen wesentlich erschienen. Aber mir hat sich etwas anderes eingeprägt. Als ich ihm sagte, ich machte den Vertrauenstrick, entgegnete er, »Was? Sie auch? Kommt Ihnen das nicht ziemlich merkwürdig vor? Eine Reihe von Unterschlagungen im Amt bezeichnet man doch nicht als Vertrauenstrick. Das passt sehr viel besser auf jemanden wie, sagen wir mal, den flüchtigen Mr. Samuel Long. Der Doktor fuhr zusammen. O'Rourke sagte, »Ja, möglich.« Ich sagte, im Scherz, der flüchtige Mr. Long könnte unter uns sein. Nehmen wir mal an, das stimmte. Was? Aber das ist unmöglich, ganz und gar nicht. Was weiß man schon über andere Leute? Man hat ihren Pass gesehen und gehört, für wen sie sich ausgeben. Bin ich wirklich Mr. Parker Pine? Ist General Pohli wirklich ein italienischer General? Und was ist mit der maskulinen Miss Price der Älteren, die fraglos eine Rasur nötig hat? Aber er, aber Smethurst kannte Long doch gar nicht. Smethurst ist ein alter Eton-Schüler. Long war ebenfalls in Eton. Smethurst könnte ihn gekannt haben, auch wenn er ihnen das nicht erzählt hat. Er könnte ihn unter uns erkannt haben. Und wenn ja, was soll er also tun? Er hat einen schlichten Verstand und er zerbricht sich den Kopf darüber. Er beschließt nichts zu sagen bis Bagdad erreicht ist. Doch dann wird er nicht länger schweigen. Sie glauben, einer von uns ist Long? sagte O'Rourke noch immer benommen. Er holte tief Luft. Es muss dieser italienische Knilch sein. Es muss oder doch dieser Armenier. sich als Ausländer auszugeben und sich einen ausländischen Pass zu besorgen ist wirklich sehr viel schwieriger als Engländer zu bleiben, sagte Mr. Parker Pine. Miss Price? fragte O'Rourke fassungslos. Nein, sagte Mr. Parker Pine. Das ist unser Mann. Er legte eine scheinbar fast freundschaftliche Hand auf die Schulter des Mannes, der neben ihm stand. Doch in seiner Stimme war nichts freundliches und der Griff seiner Finger war eisern. Major Loftus oder Mr. Samuel Long? Es spielt keine Rolle, wie sie ihn nennen. Aber das ist unmöglich, unmöglich, stammelte O'Rourke. Loftus ist seit Jahren bei der Armee. Aber Sie sind ihm noch nie zuvor begegnet, nicht Niemand von ihnen ist ihm je begegnet. Natürlich ist er nicht der echte Loftus. Der schweigsame Mann fand seine Stimme wieder. Schlau von Ihnen, das zu erraten. Was hat sie übrigens darauf gebracht? Ihre lächerliche Behauptung, dass Smethurst starb, weil er sich den Kopf anschlug. O'Rourke hat sie auf die Idee gebracht, als wir gestern in Damaskus beisammen standen und uns unterhielten. Sie dachten sich, wie simpel. Sie waren der einzige Arzt unter uns. Egal, was sie auch sagten, würde für bare Münze genommen werden. Sie hatten Loftus Arzttasche. Sie hatten seine Instrumente. Es war nicht schwer, sich für ihren Zweck ein passendes Kleines auszusuchen. Sie beugen sich vor, um mit ihm zu sprechen, und während sie reden, stoßen sie mit ihrer kleinen Waffe zu. Sie reden noch ein, zwei Minuten weiter. Im Wagen ist es dunkel. Wer sollte da Verdacht schöpfen? Es folgt die Entdeckung der Leiche. Sie teilen uns ihren Befund mit. Doch es läuft nicht so gut, wie sie gedacht haben. Zweifel werden laut. Sie weichen sozusagen auf ihre zweite Verteidigungslinie zurück. Williamson berichtet von der Unterhaltung, die Smethurst mit ihnen führte und die er zufällig mithörte. Es wird allgemein angenommen, Hensley sei der andere gewesen, und sie dichten noch die abträgliche kleine Erfindung vom Schwund in Hensleys Abteilung hinzu. Und dann mache ich die letzte Probe aufs Exempel. Ich erwähne den Sand und die Socken. Sie haben die Hand voller Sand. Ich schicke sie los, um die Socken zu holen, damit wir die Wahrheit herausfinden können. Aber damit meinte ich nicht, was sie als meine Intention vermuteten. Ich hatte Hensleys Socken bereits untersucht. In keiner von ihnen war Sand. Den haben sie hineingetan. Mr. Samuel Long zündete sich eine Zigarette an. Ich gebe mich geschlagen, sagte er. Mein Glück hat mich verlassen. Was soll's, solange es mir hold war, habe ich es mir gut gehen lassen. Man war mir dicht auf den Fersen, als ich in Ägypten ankam. Da bin ich Lauftes über den Weg gelaufen. Er sollte sich in Bagdad zum Dienst melden und kannte dort niemanden. Die Gelegenheit war zu günstig, um sie auszuschlagen. Ich habe ihn bezahlt. Hat mich 20.000 Pfund gekostet. Für mich eine Kleinigkeit. Und dann laufe ich Smethurst in die Arme, verfluchtes Pech aber auch, dem größten Esel, den man sich vorstellen kann. Er war mein Stubenbursche in Eden. Damals war ich so etwas wie sein großer Held. Die Vorstellung, mich zu verraten, behagte ihm nicht. Ich habe mit Engelszungen auf ihn eingeredet und schließlich versprach er nichts zu sagen, bevor wir Bagdad erreichten. Aber welche Möglichkeit bliebe mir dann? Nicht eine! Es gab nur einen Ausweg, ihn auszuschalten. Doch ich kann Ihnen versichern, dass ich kein ungeborener Mörder bin. Meine Talente liegen auf einem anderen Feld. Seine Gesichtszüge veränderten sich, verzerrten sich. Er schwankte und kippte vorn über. O'Rourke beugte sich über ihn. Wahrscheinlich Blausäure in der Zigarette, sagte Mr. Parker Pine. Der Spieler hat sein letztes Spiel verloren. Er sah sich um, betrachtete die weite Wüste. Die Sonne brannte auf ihn nieder. Erst gestern hatten sie Damaskus verlassen. Durch das Tor nach Bagdad. Zieh nicht hindurch, o Karawane. Doch ziehst du hindurch, so singe nicht. Hörtet ihr die Stille, da die Vögel tot sind. Und doch ruft es wie ein Vogel. Das Haus in Shiraz Es war sechs Uhr morgens, als Mr. Parker Pine nach einem Zwischenstopp in Bagdad Richtung Persien aufbrach. Der Platz in der Passagierkabine des kleinen Eindeckers war begrenzt und die geringe Breite der Sitze war nicht dazu angetan, dem massigen Körper von Mr. Parker Pine irgendeine Form der Bequemlichkeit zu gönnen. Er hatte zwei Mitreisende, einen großen, rosigen Mann, der, wie Mr. Parker Pine annahm, von redseliger Natur war, und eine dünne Frau mit zusammengepressten Lippen und entschlossener Miene. Jedenfalls, dachte Mr. Parker Pine, sehen Sie nicht so aus, als wollten Sie meine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das wollten Sie in der Tat nicht. Die kleine Frau war eine amerikanische Missionarin, von harter Arbeit und Glückseligkeit erfüllt. Der rosige Mann war bei einer Erdölgesellschaft angestellt. Sie hatten ihrem Mitreisenden einen kurzen Abriss ihrer Lebensgeschichte gegeben, bevor das Flugzeug abhob. Ich fürchte, ich bin nichts weiter als ein Tourist, hatte Mr. Parker Pine entschuldigend erklärt. Ich reise nach Teheran und Isfahan und Shiraz. Die Namen waren wie Musik in seinen Ohren und bezauberten ihn so sehr, als er sie aussprach, dass er sie wiederholte. Teheran, Isfahan, Shiraz. Mr. Parker Pine sah auf das Land unter sich herunter. Es war eine flache Wüste. Er spürte die Schönheit dieser riesigen, unbewohnten Regionen. In Kermanschal landete die Maschine zur Zoll- und Passkontrolle. Ein Koffer von Mr. Parker Pine wurde geöffnet. Eine gewisse kleine Pappschachtel wurde mit einiger Aufregung examiniert. Fragen wurden gestellt. Da Mr. Parker Pine persisch weder sprach noch verstand, gestaltete sich die Angelegenheit schwierig. Der Pilot der Maschine kam herangeschlendert. Er war ein blonder, junger Deutscher, ein gutaussehender Mann mit tiefblauen Augen und einem wettergegärbten Gesicht. »Bitte«, erkundigte er sich freundlich. Mr. Parker Pine, der sich in einigen exzellenten, realistischen, pantomimischen Darbietungen erging, die, so schien es jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren, drehte sich erleichtert zu ihm um. »Das ist Insektenpulver«, sagte er. »Könnten Sie das denen wohl erklären?« Der Pilot sah verwirrt aus. »Bitte?« Mr. Parker Pine wiederholte seine Bitte auf Deutsch. Der Pilot grinste und übersetzte das Ganze ins Persische. Die ernsten und traurigen Beamten waren zufrieden. Ihre sorgenvollen Gesichter glätteten sich. Sie lächelten. Einer lachte sogar. Sie fanden die Vorstellung amüsant. Die drei Passagiere nahmen ihre Plätze erneut ein und die Maschine hob wieder ab. In Hamadan gingen sie herunter und warfen die Post ab, doch das Flugzeug landete nicht. Mr. Parker Pine spähte hinunter und versuchte, den Behistunfelsen ausfindig zu machen, diesen romantischen Ort, an dem Darius den Umfang seines Reiches und seiner Eroberung in gleich drei Sprachen beschrieben hatte. Babylonisch, Medisch und Altpersisch. Es war ein Uhr, als sie in Teheran landeten. Es waren weitere polizeiliche Formalitäten zu erledigen. Der deutsche Pilot war herangekommen und stand lächelnd da, als Mr. Parker Pine die letzte Antwort in einem langen Verhör, das er nicht verstanden hatte, gab. Was habe ich gesagt? fragte er auf Deutsch. Dass der Vorname ihres Vaters Tourist ist, dass sie Charles von Beruf sind und der Mädchenname ihrer Mutter Bagdad lautet und dass sie aus Harriet gekommen sind. »Äh, ist das schlimm? Überhaupt nicht. Geben Sie einfach irgendeine Antwort, das ist alles, was Sie wollen.« Mr. Parker war von Teheran enttäuscht. Er fand die Stadt erschreckend modern. Das sagte er am folgenden Abend auch, als er Herrn Schlagerl, dem Piloten, in die Arme lief, just als er das Hotel betrat. Aus einer Laune heraus lud er den anderen Mann zum Essen ein, und der Deutsche nahm dankend an. Der georgische Kellner umschwirrte sie und erteilte seine Befehle. Das Essen wurde serviert. Als sie bei La Torte angekommen waren, einem recht klebrigen, schokoladigen Naschwerk, fragte der Deutsche, »Sie reisen also nach Shiraz?« »Ja, ich fliege dorthin, und dann fahre ich über Land von Shiraz via Isfahan nach Teheran zurück. Werden Sie mich morgen nach Shiraz fliegen?« »Ach, nein, ich kehre nach Bagdad zurück.« »Sind Sie schon lange hier?« »Drei Jahre. Es gibt sie erst seit drei Jahren, unsere Luftfahrtlinie. Bisher hatten wir noch nie einen Unfall. Unberufen.« Letzteres sagte er auf Deutsch und klopfte auf den Tisch. Dickwandige Tassen mit süßem Kaffee wurden gebracht. Die beiden Männer rauchten. »Meine ersten Passagiere waren zwei Ladies,« sagte der Deutsche, sich erinnernd. »Zwei englische Ladies.« »Ja,« sagte Mr. Parker Pine. »Die eine, sie war eine junge Dame, wohlgeboren, die Tochter von einem ihrer Minister, die, äh, wie sagt man, die Lady Esther Carr. Sie war hübsch, sehr hübsch, aber verrückt.« »Verrückt? Völlig verrückt. Sie lebt da in Shiraz in einem riesigen Eingeborenenhaus. Sie trägt östliche Kleidung, sie will keine Europäer sehen. Ist das etwa ein Leben für eine wohlgeborene Dame?« »Da gab es schon andere,« sagte Mr. Parker Pine. »Lady Hester Stanhope etwa. Diese da ist verrückt,« unterbrach ihn der andere schroff. »Man konnte es in ihren Augen sehen. Genauso habe ich die Augen von meinem U-Boot-Kommandanten gesehen. Im Krieg. Er ist jetzt im Irrenhaus.« Mr. Parker Pine war nachdenklich. Er erinnerte sich gut an Lord Mitchell Dever, Lady Esther Carrs Vater. Er hatte unter ihm gearbeitet, als dieser Innenminister gewesen war. Ein großer, blonder Mann mit lachenden blauen Augen. Lady Mitchell Dever hatte er nur einmal gesehen, eine berühmte irische Schönheit mit schwarzen Haaren und violettblauen Augen. Sie waren beide gut aussehende, normale Menschen, und doch lag Wahnsinn in der Familie Kau. Er trat hin und wieder zu Tage, nachdem er eine Generation übersprungen hatte. Es war seltsam, dachte er, dass Herr Schlagerl diesen Punkt so betonte. »Und die andere Lady?«, fragte er lässig. »Die andere Lady ist tot.« Etwas in seiner Stimme ließ Mr. Parker Pine unvermittelt aufblicken. »Ich habe ein Herz«, sagte Herr Schlagerl. »Ich fühle. Für mich war sie die Schönste, diese Lady. Sie wissen doch, wie das ist. Diese Dinge überfallen einen, einfach so. Sie war eine Blume. Eine Blume.« Er seufzte tief. »Ich habe sie einmal besucht, in dem Haus, in Shiraz. Die Lady Esther, sie hat mich gebeten zu kommen. Meine Kleine, meine Blume. Sie hat sich vor etwas gefürchtet. Ich konnte es sehen.« Als ich das nächste Mal aus Bagdad zurückkam, hörte ich, dass sie tot ist. »Tot.« Er schwieg kurz und sagte dann nachdenklich, »Es könnte sein, dass die andere sie umgebracht hat. Sie war verrückt. Ich sage es Ihnen.« Er seufzte, und Mr. Parker Pine bestellte zwei Benediktin-Kräuterliköre. »Der Curaçao, der ist gut«, sagte der georgische Kellner und brachte ihnen zwei Curaçaos. Kurz nach zwölf Uhr mittags am nächsten Tag erblickte Mr. Parker Pine Shiraz zum ersten Mal. Sie waren über eine Bergkette geflogen, mit schmalen, trostlosen Tälern zwischen den Höhenzügen, und alles war ausgedörrte, trockene Ödnis gewesen. Und dann kam plötzlich Shiraz in Sicht. Ein smaragdgrünes Juwel im Herzen der Ödnis. Mr. Parker Pine genoss Shiraz, wie er Teheran nicht genossen hatte. Der primitive Charakter seines Hotels stieß ihn ebenso wenig ab wie der primitive Charakter der Straßen. Er fand sich in persische Feiertage hineingeraten. Das Norusfest hatte am Vorabend begonnen. Die fünfzehntägige Periode, in der die Perser ihr neues Jahr feierten. Er schlenderte durch die leeren Basare, bis er in die große öffentliche Grünanlage im Norden der Stadt kam. Ganz Shiraz feierte. An einem Tag ging er am Rand der Stadt spazieren. Er war beim Grabmal des Dichters Hafis gewesen und nun auf dem Rückweg, als er ein Haus sah und bewunderte. Ein Haus, das ganz und gar in Blau und Rosa und Gelb gekachelt war und in einem grünen Garten mit Wasser und Orangenbäumen und Rosen stand. Es erschien ihm wie ein Haus aus einem Traum. Am Abend dinierte er mit dem englischen Konsul und erkundigte sich nach dem Haus. »Faszinierendes Gebäude, nicht wahr? Es wurde von einem wohlhabenden Gouverneur von Loristan erbaut, der seinen Vorteil aus seiner Position zu ziehen wusste. Eine Engländerin ist heute in seinem Besitz. Sie werden von ihr gehört haben, Lady Esther Carr völlig übergeschnappt, gebärdet sich wie eine Eingeborene, will mit Briten und allem Britischen nichts zu tun haben.« »Ist sie jung?« »Zu jung, um sich so zum Narren zu machen. Sie ist etwa 30.« »Es hat doch eine andere Engländerin bei ihr gelebt, oder? Eine Frau, die gestorben ist.« »Ja, das ist etwa drei Jahre her. Passierte übrigens einen Tag, nachdem ich hier meinen Posten angetreten hatte. Barham, mein Vorgänger, war ganz plötzlich verblichen, wissen Sie.« »Wie ist sie gestorben?« fragte Mr. Parker Pine unverblümt. »Fiel von dieser überdachten Terrasse im ersten Stock. Sie war Lady Esthers Zofe, oder ihre Gesellschafterin, ich erinnere mich nicht mehr so recht. Jedenfalls trug sie das Frühstückstablett hoch und stolperte über die Kante. Sehr traurig, da war nichts mehr zu machen, schlug sich den Kopf auf den Steinen unten auf.« »Wie hieß sie?« »Ting, glaube ich.« »Oder war es Wills?« »Nein, das ist diese Missionarin.« »Ziemlich hübsches Mädchen.« »War Lady Esther bestürzt?« »Ja, nein.« »Ich weiß nicht. Sie verhielt sich sehr merkwürdig. Ich wusste nicht, woran ich mit ihr war. Sie ist ein sehr, nun ja, gebieterisches Wesen. Man merkt gleich, dass sie wer ist, wenn Sie wissen, was ich meine. Sie hat mich mit ihrer herrischen Art und diesen dunklen, blitzenden Augen ziemlich eingeschüchtert.« Er lachte halb entschuldigend und sah seinen Tischgenossen dann neugierig an. Mr. Parker Pine schien ins Leere zu starren. Das Streichholz, das er gerade angerissen hatte, um seine Zigarette anzuzünden, brannte unbeachtet in seiner Hand vor sich hin. Es brannte bis auf seine Finger herunter, und er ließ es mit einem Ausruf des Schmerzes fallen. »Verzeihen Sie«, sagte er. »Hatten wohl eine Erscheinung, was?« »Ein blaues Wunder«, erwiderte Mr. Parker Pine kryptisch. Sie sprachen über andere Dinge. Am selben Abend schrieb Mr. Parker Pine beim Schein einer kleinen Öllampe einen Brief. Er verwendete viel Zeit und Sorgfalt auf seine Komposition, die am Ende dennoch sehr schlicht ausfiel. Mr. Parker Pine entbietet Lady Esther Carr seinen Gruß und erlaubt sich für den Fall, dass sie ihn zu konsultieren wünschte, mitzuteilen, er logiere die nächsten drei Tage im Hotel Fars. Er legte einen Zeitungsausschnitt bei. Die berühmte Anzeige. »Sind Sie glücklich?« »Falls nicht, konsultieren Sie Mr. Parker Pine, Richmond Street 17.« »Damit sollte die Sache geritzt sein«, sagte Mr. Parker Pine, als er sich behutsam in sein ziemlich unbequemes Bett legte. »Wie war das? Fast drei Jahre nun.« »Ja, das sollte sie.« Am folgenden Tag gegen vier Uhr nachmittags kam die Antwort. Sie wurde von einem persischen Diener überbracht, der kein Englisch verstand. Lady Esther Carr würde sich freuen, wenn Mr. Parker Pine ihr heute Abend um neun Uhr seine Aufwartung machte. Mr. Parker Pine lächelte. Es war derselbe Diener, der ihn am Abend einließ. Er wurde durch den dunklen Garten geführt und eine Außentreppe herauf zur Rückseite des Hauses. Dort öffnete sich eine Tür und er trat auf die von hohen Mauern umgebene Dachterrasse, die sich zum Nachthimmel öffnete. Ein großer Divan stand an einer Wand und darauf ruhte eine auffallende Gestalt. Lady Esther war in eine östliche Robe gewandet, und man hätte annehmen können, ein Grund für diese Vorliebe läge in dem Umstand begründet, dass sie zu ihrer üppigen, orientalisch anmutenden Schönheit passte. »Gebieterisch« hatte der Konsul sie genannt, und sie sah in der Tat gebieterisch aus. Sie trug das Kinn hoch, und ihre Augenbrauen waren arrogant. »Sie sind Mr. Parker Pine?« »Setzen Sie sich dorthin.« Ihre Hand deutete auf einen Haufen Kissen. Am Mittelfinger funkelte ein großer Smaragd, in den das Wappen ihrer Familie eingraviert war. Es war ein Erbstück und musste ein kleines Vermögen wert sein, dachte Mr. Parker Pine. Er ließ sich gehorsam, wenn auch nicht ohne eine gewisse Mühe, nieder. Für einen Mann seiner Statur war es keine leichte Sache, elegant auf dem Boden zu sitzen. Ein Diener erschien mit Kaffee. Mr. Parker Pine nahm sich eine Tasse und nippte genießerisch daran. Seine Gastgeberin hatte die orientalische Sitte unendlicher Gelassenheit angenommen. Sie stürzte sich nicht ins Gespräch. Sie nippte mit halbgeschlossenen Augen ebenfalls an ihrem Kaffee. Schließlich sagte sie doch etwas. »Sie helfen also unglücklichen Menschen?« sagte sie. »Das jedenfalls gibt Ihre Anzeige vor.« »Ja.« »Warum haben Sie sie mir geschickt? Ist das Ihre Art, auf Reisen Geschäfte zu machen?« Es lag etwas entschieden Beleidigendes in Ihrer Stimme. Doch Mr. Parker Pine ignorierte es. Er antwortete schlicht, »Nein. Meine Vorstellung vom Reisen ist es, den geschäftlichen Angelegenheiten vollkommen zu entfliehen.« »Warum haben Sie sie mir dann geschickt?« »Weil ich Grund zu der Annahme habe, dass Sie unglücklich sind.« Ein Moment der Stille trat ein. Er war sehr gespannt. Wie würde sie das aufnehmen? Sie gab sich eine Minute Zeit, um darüber nachzudenken. Dann lachte sie. »Ich nehme an, Sie glauben, dass jemand, der sich aus der Welt zurückzieht, der lebt, wie ich es tue, von meinen Landsleuten, meiner Heimat abgeschnitten, das nur macht, weil er unglücklich ist. Kummer, Enttäuschung. Sie glauben wohl, etwas in der Art habe mich ins Exil getrieben. Ach, was soll's. Warum sollten Sie das verstehen? Dort, in England, habe ich mich wie ein Fisch auf dem Trockenen gefühlt. Hier bin ich ganz ich selbst. Ich liebe dieses Abgeschiedensein. Ich nehme an, Sie können das nicht verstehen. Ihnen muss ich, sie zögerte einen Moment, verrückt erscheinen. »Sie sind nicht verrückt«, sagte Mr. Parker Pine. In seiner Stimme lag erhebliche ruhige Bestimmtheit. Sie sah ihn neugierig an. »Aber so redet man doch von mir. Nehme ich an. Diese Narren. Es muss solche und solche geben. Ich bin vollkommen glücklich.« »Und doch haben Sie mich hierher bestellt«, sagte Mr. Parker Pine. »Ich gebe zu, dass ich neugierig auf Sie war.« Sie zögerte. »Davon abgesehen, will ich nie wieder zurückkehren, nach England. Aber manchmal möchte ich doch hören, was dort vor sich geht, in der Welt, der Sie den Rücken zugekehrt haben.« Sie beantwortete das mit einem Nicken. Mr. Parker Pine begann zu erzählen. Seine anfangs gedämpfte und beruhigende Stimme hob sich dann und wann etwas, wenn er diesen oder jenen Punkt betonte. Er erzählte von London, vom Gesellschaftstratsch, von berühmten Männern und Frauen, von neuen Restaurants und neuen Clubs, von Pferderennen und Jagdgesellschaften und ländlichen Skandalen. Er erzählte von Kleidern, von Moden aus Paris, von kleinen Geschäften in uneleganten Straßen, in denen man unglaublich günstig einkaufen konnte. Er beschrieb Theater und Kinos. Er berichtete von neuen Filmen. Er beschrieb den Bau einer neuen Gartenvorstadt. Er sprach von Blumenzwiebeln und Gartenarbeiten. Und er endete mit einer heimeligen Beschreibung des abendlichen London, voller Trambahnen und Busse und Menschen, die nach einem langen Arbeitstag nach Hause eilten. Er schilderte die kleinen Häuser, die ihrer harten und die ganze eigentümliche, vertraute Art und Weise des englischen Familienlebens. Es war eine wirklich bemerkenswerte Darbietung, die ein breites und außergewöhnliches Wissen offenbarte und die einzelnen Aspekte clever arrangierte. Lady Esther hatte den Kopf sinken lassen. Ihre Haltung war nicht länger arrogant. Schon eine Weile waren ihr Tränen still geflossen, und als er seine Rede nun beendete, gab sie jede Verstellung auf und weinte ungeniert. Mr. Parker Pine sagte nichts. Er saß da und betrachtete sie. Sein Gesicht hatte den stillen, zufriedenen Ausdruck eines Menschen, der ein Experiment durchgeführt und das gewünschte Ergebnis erzielt hat. Schließlich hob sie den Kopf. »Nun«, sagte sie bitter, »sind Sie zufrieden?« »Ich denke schon. Jetzt ja.« »Wie soll ich das ertragen? Wie soll ich das nur ertragen? Nie von hier fortzugehen? Nie wieder irgendjemanden wiederzusehen?« Der Aufschrei brach aus ihr hervor, als hätte man ihn aus ihr herausgepresst. Sie nahm sich zusammen und errötete. »Nun«, fragte sie grimmig, »wollen Sie nicht das Offensichtliche sagen? Wollen Sie nicht sagen, wenn Sie sich so sehr wünschen, nach Hause zurückzukehren, warum tun Sie es dann nicht?« »Nein«, Mr. Parker Pine schüttelte den Kopf. »Ganz so einfach ist es für Sie nicht.« Zum ersten Mal schlich sich leise Angst in ihren Blick. »Wissen Sie, warum ich nicht zurückgehen kann?« »Ich denke schon.« »Falsch«, sie schüttelte den Kopf. »Den Grund dafür, dass ich nicht zurückgehen kann, erraten Sie nie.« »Ich rate nicht«, sagte Mr. Parker Pine. »Ich beobachte und klassifiziere.« Sie schüttelte wieder den Kopf. »Sie wissen überhaupt nichts.« »Dann werde ich Sie wohl überzeugen müssen.« »Dann werde ich Sie wohl überzeugen müssen«, sagte Mr. Parker Pine freundlich. »Als Sie hierher kamen, Lady Esther, sind Sie, so glaube ich, mit der neuen deutschen Luftlinie aus Bagdad geflogen?« »Ja.« »Und Sie wurden von einem jungen Piloten geflogen, Herrn Schlagal, der Sie später einmal hier besucht.« »Ja.« »Ein schwer zu beschreibendes anderes Ja.« »Ein sanfteres Ja.« »Und Sie hatten eine Freundin oder eine Gesellschafterin, die starb.« Die Stimme klang nun stählern, kalt, unverschämt. »Meine Gesellschafterin.« »Ihr Name war Muriel King.« »Haben Sie sie gerne gemocht?« »Wie meinen Sie das, gerne gemocht?« Sie sprach nicht weiter, riss sich zusammen. »Sie war mir nützlich.« Sie sagte es hochmütig, und Mr. Parker Pine fühlte sich an die Bemerkung des Konsuls erinnert. »Man merkt gleich, dass sie »wer ist«, wenn Sie wissen, was ich meine.« »Waren Sie traurig, als sie gestorben ist?« »Ich...« »Natürlich.« »Also wirklich, Mr. Pine, ist es wirklich nötig, darüber zu reden?« Sie sprach wütend und wartete eine Antwort nicht ab. »Es war sehr freundlich, von Ihnen zu kommen, aber ich bin etwas müde. Wenn Sie mir sagen würden, wie viel ich Ihnen schulde?« Doch Mr. Parker Pine rührte sich nicht. Er schien nicht gekränkt zu sein. Er fuhr ruhig fort, seine Fragen zu stellen. Seit sie gestorben ist, hat Herr Schlagerl sie nicht noch einmal besucht. Angenommen, er käme. Würden Sie ihn empfangen? Ganz sicher nicht. Sie weigern sich kategorisch? Kategorisch. Herr Schlagerl ist nicht willkommen.« »Ja«, sagte Mr. Parker Pine nachdenklich. »Etwas anderes konnten Sie nicht sagen.« Die schützende Rüstung ihrer Arroganz bröckelte ein wenig. Unsicher sagte »Ich weiß nicht, was Sie meinen.« »Wussten Sie, Lady Esther, dass der junge Schlagerl sich in Muriel King verliebt hatte? Er ist ein gefühlvoller junger Mann. Er bewahrt noch immer Ihr Angedenken.« »Tut er das?« Ihre Stimme war fast ein »Flüstern.« »Wie war sie?« »Wie meinen Sie das? Wie war sie? Woher soll ich das wissen?« »Sie müssen sie manchmal angesehen haben«, erwiderte Mr. Parker Pine milde. »Ach so. Sie war eine recht hübsche junge Frau.« »Etwa in ihrem Alter?« »Ungefähr.« Nach einem Innehalten sagte sie. »Warum glauben Sie, dass dieser Schlagerl sie gern hatte?« »Weil er es mir erzählt hat.« »Ja, ja, in ganz unmissverständlichen Worten. Wie ich schon sagte, er ist ein gefühlvoller junger Mann. Er war froh, sich mir anvertrauen zu können. Wie sie zu Tode kam, hat ihn sehr erschüttert.« Lady Esther sprang auf. »Glauben Sie, dass ich sie umgebracht habe?« Mr. Parker Pine sprang nicht auf. Er war nicht die springende Sorte Mann. »Nein, mein liebes Kind«, sagte er. »Ich glaube nicht, dass Sie sie umgebracht haben. Und eingedenk dieser Tatsache halte ich es für das Beste, dass Sie mit dieser Komödie schleunigst aufhören und nach Hause zurückfahren.« »Wie meinen Sie das, mit der Komödie aufhören?« »Die Wahrheit ist, dass Sie die Nerven verloren haben. Ja, das haben Sie. Sie haben Ihre Nerven gründlich verloren. Sie dachten, man würde Sie anklagen, Ihre Dienstherren ermordet zu haben.« Die junge Frau machte eine plötzliche Bewegung. Mr. Parker Pine fuhr fort. »Sie sind nicht Lady Esther Karl. Ich wusste das, bevor ich hierherkam, doch ich habe Sie einer Prüfung unterzogen, um sicherzugehen.« Sein Lächeln brach hervor, milde und gütig. »Als ich eben meine Schilderung zum Besten gab, habe ich sie beobachtet, und sie haben stets als Muriel King reagiert, nicht als Lady Esther Karl. Die günstigen Läden, die Kinos, die neue Gartenvorstadt, das mit dem Bus und der Tram nach Hause fahren, darauf haben sie reagiert. Was die vornehme Gesellschaft tat, neue Nachtclubs, der Klatsch aus Mayfair, die Pferde rennen, all das hat Ihnen nichts bedeutet.« Seine Stimme wurde noch überzeugender und väterlicher. »Setzen Sie sich hin und erzählen Sie mir alles. Sie haben Lady Esther Karl nicht umgebracht, aber Sie dachten, man würde Sie dessen verdächtigen. Erzählen Sie mir einfach, was sich zugetragen hat.« Sie holte tief Luft, dann sank sie erneut auf den Divan und begann zu sprechen. Die Worte sprudelten in kleinen Salven aus ihr heraus. »Ich muss am Anfang anfangen. Ich habe mich vor ihr gefürchtet. Sie war verrückt, nicht völlig verrückt, nur ein wenig. Sie hat mich mitgenommen, als sie hierher kam, und ich, Dummkopf, war entzückt, dich hielt es für so romantisch. Ich, kleine Idiotin, das war ich, eine kleine Idiotin. Es gab da so eine Sache mit einem Chauffeur. Sie war verrückt nach Männern, völlig verrückt nach Männern. Er wollte nichts mit ihr zu tun haben, und irgendwie kam die Sache heraus. Ihre Freunde erfuhren davon und lachten, und sie riß sich von ihrer Familie fort und kam hierher. Sie hat das alles nur gemacht, um ihr Gesicht zu wahren, von wegen Einsamkeit in der Wüste und so. Sie hätte die Scharade noch eine Weile fortgesetzt und wäre dann wieder zurückgekehrt. Aber sie wurde immer merkwürdiger und merkwürdiger. Und dann war da dieser Pilot. Sie hat sich in ihn verliebt. Er kam hierher, um mich zu besuchen, und sie dachte ... Ach, Sie wissen schon, aber er muss ihr sehr deutlich gesagt haben, dass ... Und dann ist sie auf einmal auf mich losgegangen. Sie war schrecklich, furchterregend. Sie sagte, ich würde nie mehr nach Hause zurückkehren. Sie sagte, ich gehörte ihr. Sie sagte, ich sei eine Sklavin. Mehr nicht, nur eine Sklavin. Sie könnte über mein Leben und meinen Tod bestimmen.« Mr. Parker-Pine nickte. Er sah die Situation vor sich. Lady Esther, die langsam dem Wahnsinn verfiel, wie es andere Mitglieder ihrer Familie schon vor ihr getan hatten, und das furchtsame Mädchen, das nichts von der Welt wusste und nichts gesehen hatte und alles glaubte, was man ihm erzählte. »Aber eines Tages scheint etwas in mir ausgerastet zu sein. Ich habe ihr die Stirn geboten. Ich habe ihr gesagt, wenn es darauf ankäme, wäre ich stärker als sie. Ich habe ihr gesagt, ich würde sie auf die Steine unten im Hof stürzen.« Sie hatte Angst. Wirkliche Angst. Sie hat mich wohl bis dahin für einen armseligen Wurm gehalten. Ich habe einen Schritt auf sie zugemacht. Ich weiß nicht, was sie mir dazu traute. Sie Muriel King verbarg ihr Gesicht in den Händen. Und dann hakte Mr. Parker-Pine sanft nach. »Ich habe den Kopf verloren. Ich dachte, man würde sagen, ich hätte sie heruntergestoßen. Ich dachte, niemand würde mir zuhören. Ich dachte, man würde mich hier in ein grausiges Gefängnis werfen.« Ihre Lippen zuckten. Mr. Parker-Pine konnte sich die panische Angst, die sie ergriffen hatte, gut vorstellen. Und dann kam mir der Gedanke, wenn ich es gewesen wäre. Ich wusste, dass ein neuer britischer Konsul kommen würde, der keine von uns je gesehen hatte. Es wäre einfach die andere gestorben. Mit der Dienerschaft, dachte ich mir, würde ich schon klarkommen. Für sie waren wir zwei verrückte Engländerinnen. Wenn die eine tot war, lebte eben die andere weiter. Ich habe sie großzügig mit Geld beschenkt und ihnen befohlen, nach dem britischen Konsul zu schicken. Niemand schien auch nur den geringsten Verdacht zu schöpfen. Mr. Parker-Pine nickte nachdenklich. Das Ansehen eines berühmten Namens. Lady Esther Carr mochte vielleicht übergeschnappt sein, aber sie war immer noch Lady Esther Carr. Und anschließend, fuhr Muriel fort, habe ich mir gewünscht, ich hätte es nicht getan. Ich habe erkannt, dass ich selbst ziemlich verrückt gehandelt hatte. Ich war dazu verdammt, hier zu bleiben und meine Rolle zu spielen. Ich wusste nicht, wie ich je wieder wegkommen könnte. Wenn ich nun die Wahrheit beichtete, würde es doch erst recht so aussehen, als hätte ich sie ermordet. Oh, Mr. Pine, was soll ich tun? Was soll ich nur tun? »Tun?« Mr. Parker-Pine erhob sich so schnell, wie es seine Statur erlaubte. »Mein liebes Kett, Sie werden jetzt mit mir zum britischen Konsul gehen, der ein sehr liebenswürdiger und wohlwollender Mann ist. Es werden einige unangenehme Formalitäten erledigt werden müssen. Ich will Ihnen nicht vorgaukeln, dass es einfach werden wird. Doch Sie werden nicht wegen Mordes gehängt werden.« »Apropos. Warum fand man das Frühstückstablett neben der Leiche?« »Ich habe es hinuntergeworfen. Ich dachte, mit dem Tablett sähe es mehr nach mir aus. War das dumm von mir?« »Das war ein ziemlich cleverer Touch«, sagte Mr. Parker-Pine. »Tatsächlich war es der eine Aspekt, der mich darüber nachdenken ließ, ob sie Lady Esther nicht doch umgebracht hatten. Allerdings nur, bis ich sie sah. Als ich sie sah, wusste ich, dass sie, egal wozu sie in ihrem Leben fähig wären, doch niemals jemanden ermorden würden.« »Weil ich dazu einfach nicht so funktionieren,« sagte Mr. Parker-Pine lächelnd. »Und nun?« »Wollen wir gehen. Sie müssen sich einer unangenehmen Aufgabe stellen, aber ich helfe Ihnen dabei. Und dann geht es nach Hause.« »Nach Stratham Hill.« »Sie sind doch in Stratham Hill zu Hause.« »Ja,« das dachte ich mir. Ich sah, wie Ihr Gesicht sich verzog, als ich eine bestimmte Buslinie erwähnte. »Kommen Sie, meine Liebe.« Muriel King war noch nicht bereit. »Sie werden mir nie glauben,« sagte sie nervös, »Ihre Familie und die anderen. Sie werden nie glauben, dass sie sich tatsächlich so aufgeführt hat.« »Überlassen Sie das mir,« sagte Mr. Parker-Pine. »Ich kenne mich mit der Familiengeschichte etwas aus, wissen Sie. Kommen Sie auf den Feigling zu spielen. Denken Sie daran. Es gibt da einen jungen Mann, der sich das Herz aussäufzt.« »Wir sollten es so arrangieren, dass es sein Flugzeug ist, mit dem Sie nach Bagdad fliegen.« Die junge Frau lächelte und errötete. »Ich bin bereit,« sagte sie schlicht. Und dann, als sie zur Tür ging, drehte sie sich noch einmal um. »Sie sagten, Sie hätten gewusst, dass ich nicht Lady Esther K. bin, bevor Sie mich sahen. Wie konnten Sie das nur wissen?« »Statistik,« sagte Mr. Parker-Pine. »Statistik?« »Ja. Sowohl Lord als auch Lady Mitchell Dever haben blaue Augen. Als der Konsul erwähnte, ihre Tochter hätte blitzende, dunkle Augen, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Menschen mit braunen Augen können zwar blauäugige Kinder zeugen, doch niemals umgekehrt. Ich versichere Ihnen, das ist eine wissenschaftliche Tatsache.« »Ich finde die Gesellschaft hatte einen langen und ermüdenden Tag hinter sich. Sie war am frühen Morgen bei fast 37 Grad im Schatten in Amman aufgebrochen und endlich, als es dunkel wurde, im Camp, das im Herzen von Petra, dieser Stadt aus fantastischem und wieder natürlich rotem Fels lag, angekommen. Sie waren zu siebt. Mr. Caleb Blundell, der untersetzte und wohlhabende amerikanische Magnat, sein dunkel- und gutaussehender, wenn auch recht wortkarger Sekretär Jim Hurst, Sir Donald Marvel, ein müde wirkender englischer Parlamentarier, Dr. Carver, ein weltberühmter bejahter Archäologe, ein galanter Franzose, Kolonel Dubosc, auf Urlaub aus dem Dienst in Syrien, ein Mr. Parker Pine, dessen Profession im Unklaren lag, der aber britische Gediegenheit ausstrahlte. Und schließlich war da noch Miss Carol Blundell, hübsch, verwöhnt und ausgesprochen zufrieden als einzige Frau unter einem halben Dutzend Männern. Nachdem sie sich ihre Zelte, respektive Höhlen, zum Schlafen ausgesucht hatten, dinierten sie im großen Zelt. Sie sprachen über Politik im Nahen Osten, der Engländer besonnen, der Franzose diskret, der Amerikaner recht einfältig, der Archäologe und Mr. Parker Pine überhaupt nicht. Beide, so schien es, bevorzugten die Rolle des Zuhörers. Das gleiche galt für Jim Hurst. Dann sprachen sie über die Stadt, die sie besuchten. »Es ist so unbeschreiblich romantisch«, sagte Carol. »Wenn man sich vorstellt, dass diese, wie hießen sie noch mal, Nabatea, hier vor Urzeiten gelebt haben, fast vor Anbeginn der Zeit.« »Das wohl kaum«, sagte Mr. Parker Pine milde. »Was, Dr. Carver?« »Oh, das liegt nur ungefähr zweitausend Jahre zurück. Und wenn Gangster romantisch sind, dann kann man wohl auch die Nabatea romantisch nennen. Sie waren im Grunde ein reiches Lumpenpack. Das Reisende nötigte, seine eigenen Karawanenstraßen zu nutzen und dafür sorgte, dass alle anderen Routen nicht sicher waren. Petra war die Schatzkammer für die Profite aus ihren Gangstermethoden.« »Sie meinen, sie waren nicht als Räuber?« fragte Carol. »Nur ganz gewöhnliche Diebe?« »Dieb ist ein wenig romantisches Wort, Miss Blundell. Bei Dieb denkt man an einen kleinen Langfinger. Bei Räuber hingegen hat man Größeres im Sinn.« »Etwa einen modernen Financier?« meinte Mr. Parker Pine augenzwinkernd. »Das richtet sich an dich, Papst«, sagte Carol. »Ein Mann, der Geld macht, gereicht der Menschheit zum Vorteil,« sprach Mr. Blundell salbungsvoll. »Die Menschheit,« murmelte Mr. Parker Pine, »ist so undankbar.« »Was ist Rettlichkeit?«, wollte der Franzose wissen. »Eine Nuance, eine Konvention. In jedem Land versteht man darunter etwas anderes. Ein Araber schämt sich nicht zu stellen. Er schämt sich nicht, zu lügen. Für ihn zählt allein, wenn er bestiehlt oder wenn er belügt.« »Genau so sieht er es«, stimmte Carver zu. »Was beweist, dass der Westen dem Osten überlegen ist«, sagte Blundell. »Wenn diese bedauernswerten Kreaturen erst einmal Bildung bekommen,« Sir Donald trug recht schleppend zum Gespräch bei. »Bildung ist ziemlicher Humbug, wissen Sie. Man bringt den Leuten lauter Unnützes Zeug bei. Ich meine, nichts ändert etwas daran, wer oder was man ist.« »Wie meinen Sie das?« »Was ich sagen will, ist, nur mal als Beispiel. Einmal ein Dieb, immer ein Dieb.« Einen Augenblick lang war es totenstill. Dann begann Carol, fieberhaft über Mücken zu sprechen, und ihr Vater sprang ihr bei. Sir Donald murmelte seinem Nachbarn, Mr. Parker Pine, etwas verwirrt zu. »Da bin ich wohl in ein Fettnäpfchen getreten, was?« »Seltsam«, sagte Mr. Parker Pine. Welcher Natur diese vorübergehende Verlegenheit auch immer gewesen war, eine Person hatte sie überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Der Archäologe saß schweigend da. Seine Augen schauten verträumt und abwesend. Als das Gespräch stockte, ergriff er plötzlich und abrupt das Wort. »Wissen Sie«, sagte er, »ich stimme dem zu, jedenfalls von der gegensätzlichen Warte aus. Ein Mann ist entweder von Grund auf redlich, oder er ist es nicht. Daran ist nichts zu ändern.« »Sie glauben also nicht, dass eine unvermutete Versuchung zum Beispiel einen redlichen Mann zu einem Kriminellen machen kann?« »Ausgeschlossen«, sagte Kaufer. Mr. Parker Pine schüttelte sanft den Kopf. »Für ausgeschlossen halte ich das nicht. Sehen Sie, da gibt es so viele Faktoren zu beachten. Die Bruchstelle zum Beispiel.« »Was meinen Sie mit Bruchstelle?«, fragte der junge Hurst, der zum ersten Mal den Mund aufmachte. Er hatte eine tiefe, recht angenehme Stimme. Das Gehirn kann nur eine bestimmte Belastung ertragen. Das, was eine Krise herbeiführt, die einen ehrlichen Mann zu einem Unredlichen macht, mag nichts weiter als eine Kleinigkeit sein. Deswegen sind die meisten Verbrechen widersinnig. Die Ursache ist, in neun von zehn Fällen, diese Kleinigkeit an Überbelastung, die einem im übertragenen Sinne das Genick bricht. »Wovon Sie da reden, mein Freund, das ist Psychologie«, bemerkte der Franzose. »Wäre er ein krimineller Psychologe, welch ein Krimineller könnte er dann sein«, sagte Mr. Parker Pine. Seine Stimme wurde bei dieser Vorstellung schwelgerisch. »Bedenken Sie doch nur, dass Sie von zehn Menschen, denen Sie zufällig begegnen, wenigstens neun dazu bewegen können, nach Ihrem Gutdünken zu handeln, wenn Sie nur den richtigen Stimulus anwenden.« »Oh, erklären Sie uns das«, rief Carol. »Nun, da ist der leicht Einzuschüchternde. Brüllen Sie ihn laut genug an, und er gehorcht. Dann gibt es den Renitenten. Sie müssen ihm nur das untersagen, was Sie eigentlich von ihm wollen. Und dann ist da der leicht Beeinflussbare, der am weitesten verbreitete Typus. Solche Menschen haben ein Automobil gesehen, weil sie eine Hupe gehört haben. Sie haben den Postboten gesehen, weil sie den Briefkasten klappern hörten. Sie sehen ein Messer in einer Wunde, weil man ihnen erzählt hat, dass der Tote erstochen wurde. Oder sie haben eine Pistole gehört, weil man ihnen erzählt hat, dass ein Mann erschossen wurde.« »Sie glauben doch bist du viel zu clever, mein Schatz,« sagte ihr Vater. »Es ist sehr wahr, was Sie da sagen,« sagte der Franzose grüblerisch. »Die vorgefasste Vorstellung, sie gaugelt den Sinnen etwas vor.« Carol gähnte. »Ich ziehe mich in meine Höhle zurück. Ich bin todmüde. Abbas Effendi hat gesagt, wir würden morgen sehr früh aufbrechen. Er führt uns zum Opferplatz hinauf. Was immer das auch sein mag.« »Das ist der Ort, an dem Sie junge, schöne Mädchen opfern,« sagte Sir Donald. »Gnade, das will ich doch nicht hoffen. Also, gute Nacht zusammen. Oh, mir ist ein Ohrring heruntergefallen.« Kolonel Dubosc hob ihn von dort auf, wohin er über den Tisch gekullert war, und gab ihn ihr zurück. »Sind Sie echt?« fragte Sir Donald ruppig. Einen Moment lang alle Höflichkeit vergessend, starrte er auf die beiden großen Solitärperlen in ihren Ohren. »Natürlich sind Sie echt,« sagte Carol. »Haben mich 80.000 Dollar gekostet,« sagte ihr Vater genüsslich, »und sie schraubt sie so locker zu, dass sie herunterfallen und auf dem Tisch herumkullern. Willst du mich ruinieren, Mädchen?« »Es würde dich auch nicht ruinieren, wenn du mir ein zweites Paar kaufen müsstest,« sagte Carol liebevoll. »Das würde es wohl nicht,« gab ihr Vater zu. »Ich könnte dir auch noch ein drittes Paar Ohrringe kaufen, und mein Banksaldo könnte es gut verschmerzen.« Er blickte mit Stolz um sich. »Wie nett für Sie,« sagte Sir Donald. »Nun, »Gentleman, ich denke, ich ziehe mich jetzt auch zurück,« sagte Blander. »Gute Nacht.« Der junge Hurst folgte ihm. Die übrigen vier lächelten einander an, als hätten sie denselben Gedanken. »Nun,« sagte Sir Donald gedehnt, »es ist nett zu wissen, dass er das Geld nicht vermisste.« »Protziges Schwein, fügte er boshaft hinzu.« »Sie haben zu viel Geld, diese Amerikaner,« sagte Dubosc. »Für einen reichen Mann,« sagte Mr. Parker Pine sanft, »ist es wahrlich schwer, die Wertschätzung der Mittellosen zu gewinnen.« Dubosc lachte. »Neid und Missgunst,« meinte er, »Sie haben recht, Monsieur. Wir alle wünschen uns, reich zu sein, die Perlenohrringe mehrfach kaufen zu gönnen, mit Ausnahme dieses, Monsieur vielleicht.« Er verbeugte sich vor Dr. Carver, der, wie es seine Art zu sein schien, mit seinen Gedanken wieder ganz woanders war. Er spielte mit einem kleinen Objekt in seiner Hand herum. »Wie?« schreckte er auf. »Nein, ich muss zugeben, dass mir nichts an großen Perlen liegt. Geld ist natürlich immer nützlich.« Sein Ton wies dem Mammon den ihm angemessenen Platz zu. »Aber sehen Sie sich das mal an,« sagte er. »Das ist etwas, das hundertmal interessanter ist als Perlen.« Was ist das? Das ist ein Zylindersiegel aus schwarzem Hämatit. Und darauf ist eine Präsentationsszene eingraviert. Ein Gott führt einen Bittsteller vor eine höhere, sitzende Gottheit. Der Bittsteller bringt ihm ein Zicklein dar, und der illustre Gott auf dem Thron lässt sich von einem Lakaien, der einen Palmzweig als Wedel hält, die Fliegen vom Leib halten. Diese gestochene Inschrift nennt den Mann »Einen Diener des Hammurabi.« Es ist also knapp viertausend Jahre alt. Er zog einen kleinen Klumpen Knetmasse aus seiner Tasche und verteilte sie auf dem Tisch. Dann ölte er sie mit etwas Vaseline, drückte das Siegel darauf und rollte es ab. Daraufhin löste er den Knetstreifen mit einem Taschenmesser und hob ihn vorsichtig von der Tischplatte ab. »Sehen Sie«, sagte er. Die Szene, die er beschrieben hatte, entfaltete sich, klar und deutlich umrissen, auf der Knetmasse. Für einen Moment hielt der Zauber der Vergangenheit sie alle in seinem Bann. Dann ertönte von draußen die unmusikalische Stimme von Mr. Blundell. »Hey! Du! Bring mein Gepäck aus dieser verdammten Höhle in ein Zelt! Die Genitzen sind mächtig stechlustig! Ich kann hier kein Auge zumachen!« »Genitzen?« fragte Sir Donald. »Wahrscheinlich Sandmücken«, sagte Dr. Carver. »Mir gefällt Genitzen«, bemerkte Mr. Parker Pine. »Das ist eine so suggestive Bezeichnung.« Die Gesellschaft machte sich am nächsten Morgen nach diversen, die Farbe und die Zeichnung der Felsen betreffenden, bewundernden Ausrufen in aller Frühe auf den Weg. Die rosenrote Stadt war in der Tat eine Laune der Natur, die sie in ihrer extravagantesten und schillerndsten Stimmung ersonnen haben musste. Die Gesellschaft kam nur langsam voran, denn Dr. Carver schlenderte mit auf die Erde gerichtetem Blick und blieb immer wieder stehen, um kleine Objekte aufzuheben. »Man erkennt einen Archäologen immer. Daran«, sagte Kolonel die Bosch lächelnd. »Er betrachtet nie den Himmel oder die Ügel oder die Schönheiten der Natur. Er zieht mit gesenktem Kopf los, immer suchend.« »Ja, aber wonach?« fragte Carol. »Was sind denn das für Dinger, die Sie da aufheben, Dr. Carver?« Mit einem leisen Lächeln zeigte der Archäologe ihr ein paar verschmutzte Keramikscherben. »Wertloses Zeug«, rief Carol verächtlich. »Keramik ist weitaus interessanter als Gold«, sagte Dr. Carver. Carol schien ihre Zweifel zu haben. Sie kamen an eine scharfe Wegbiegung und gingen an zwei, drei aus dem Fels gehauenen Grabmalen vorbei. Der Aufstieg war recht anstrengend. Die Beduinenwächter gingen voran. Sie marschierten unbekümmert die steilen Hänge hinauf und hatten nicht einen Blick für den Abgrund, der sich zu einer Seite auftat, übrig. Carol war ziemlich blass. Einer der Wächter beugte sich von oben herab und streckte ihr eine Hand entgegen. Auf einmal stand Hurst vor ihr und hielt seinen Stock wie ein Geländer vor den Jähen Abhang. Sie dankte ihm mit einem flüchtigen Blick und stand eine Minute später auf einem breiten Felsweg. Die anderen folgten langsam. Die Sonne stand nun hoch und die Hitze begann, sich deutlich bemerkbar zu machen. Schließlich erreichten sie ein weites Plateau kurz unter dem Gipfel. Ein einfacher Anstieg führte das letzte Stück zu einem großen, rechteckigen Felsblock hinauf. Blondel bedeutete dem Fremdenführer, dass die Reisegesellschaft allein dort hinaufgehen würde. Die Beduinen lagerten sich bequem gegen die Felsen und begannen zu rauchen. Es dauerte nicht lang und die anderen hatten den Gipfel erklommen. Es war ein seltsamer, kahler Ort. Die Aussicht war herrlich. Der Blick fiel zu allen Seiten ins umliegende Tal. Sie standen auf einer schmucklosen Plattform mit aus dem Fels gehauenen Becken an den Seiten und einer Art Opferaltar. »Ein hemmlicher Platz für Opferungen«, sagte Carol mit Begeisterung. »Aber es war sicherlich nicht so einfach, die Opfer hier hochzubringen.« »Ursprünglich gab es hier eine Art Zickzackstraße im Fels«, erklärte Dr. Carver. »Wir werden Reste davon sehen, wenn wir auf der anderen Seite hinuntergehen.« Sie unterhielten sich eine Weile und kommentierten, was sie sahen. Dann war ein leises Klirren zu hören. Und Dr. Carver sagte, »Ich glaube, Sie haben wieder einen Ohrring verloren, Miss Blondel.« Carol fasste sich ans Ohr. »Ja, tatsächlich.« Dubosc und Hurst begannen zu suchen. »Er muss ihr sein.« »Nein«, sagte der Franzose, »er kann nicht weggerollt sein, denn es gibt ihr nichts, wohin er rollen könnte. Wir sind hier wie in einer quadratischen Schachtel.« »Könnte er nicht in eine Ritze gekullert sein?«, fragte Carol. »Hier ist weit und breit keine Ritze«, sagte Mr. Parker Pine. »Sehen Sie selbst, der Boden ist völlig glatt. Ah, Sie haben etwas gefunden, Kolonel.« »Nur einen kleinen Stein«, sagte Dubosc lächelnd und warf ihn fort. Nach und nach legte sich eine andere Stimmung, eine angespannte Stimmung über die Suchenden. Niemand sprach sie laut aus, doch gingen jedem die Worte 80.000 Dollar im Kopf herum. »Bist du sicher, dass du ihn noch hattest, Carol?« schnauzte ihr Vater. »Ich meine, vielleicht hast du ihn ja auf dem Weg nach oben verloren.« »Ich hatte ihn noch, als wir hier hoch aufs Plateau gekommen sind«, sagte Carol. »Das weiß ich, weil Dr. Carver mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass er lose war, und er hat ihn für mich festgeschraubt. Das stimmt doch, Doktor.« Dr. Carver bestätigte dies. Es war Sir Donald, der aussprach, was alle dachten. »Das ist eine ziemlich unangenehme Sache, Mr. Blandell«, sagte er. »Sie haben uns gestern Abend erzählt, welchen Wert diese Ohrringe haben. Selbst ein Einzelner ist ein kleines Vermögen wert. Wenn dieser Ohrring nicht gefunden wird, und es sieht ganz danach aus, wird jeder von uns unter Verdacht stehen.« »Ich für meinen Teil bitte darum, durchsucht zu werden«, warf Kolonel Dubosc ein. »Ich bitte nicht, ich verlange es, als mein gutes Recht.« »Durchsuchen Sie mich auch«, sagte Hurst. Seine Stimme klang rau. »Wie denken die anderen darüber?«, fragte Sir Donald und sah sie der Reihe nach an. »Sicher doch«, sagte Mr. Parker Pine. »Eine ausgezeichnete Idee«, sagte Dr. Carver. »Ich mache auch mit, meine Herren«, sagte Mr. Blandell. »Ich habe meine Gründe, auch wenn ich nicht näher darauf eingehen will.« »Natürlich, ganz wie Sie wünschen, Mr. Blandell«, entgegnete Sir Donald höflich. »Carol, mein Liebes, gehst du wieder hinunter und wartest bei den Führern.« Ohne ein Wort ließ das Mädchen sie stehen. Ihr Gesicht war starr und finster. Es hatte einen verzweifelten Ausdruck, der die Aufmerksamkeit zumindest eines Mitglieds der Gruppe erweckte. Es fragte sich, was dieser Ausdruck wohl zu bedeuten hatte. Die Suche ging weiter. Sie war rigoros und gründlich und gänzlich unbefriedigend. Eines stand fest, nicht einer von ihnen trug den Ohrring bei sich. Es war eine außergewöhnlich stille kleine Truppe, die sich schließlich an den Abstieg machte und den Beschreibungen und Ausführungen des Fremdenführers nur mit halbem Ohr lauschte. Mr. Parker Pine hatte sich just zum Lunch umgezogen, als eine Gestalt im Eingang seines Zelts erschien. »Mr. Pine, darf ich hereinkommen?« »Aber gewiß doch, meine liebe junge Dame, gewiß doch.« Carol kam herein und setzte sich auf das Bett. Ihr Gesicht hatte noch immer diesen finsteren Ausdruck, den er schon vorher registriert hatte. »Sie behaupten doch, dass Sie für Menschen, die unglücklich sind, die Dinge wieder in Ordnung bringen, oder?« wollte sie wissen. »Ich mache Ferien, Miss Blundell. Ich nehme keine Fälle an.« »Nun, diesen werden Sie annehmen«, sagte das Mädchen ruhig. »Sehen Sie mal, Mr. Pine, ich fühle mich so elend, wie man sich nur fühlen kann.« »Was macht Ihnen Sorgen?« fragte er. »Ist es diese Sache mit dem Ohrring?« »Das ist es ja eben. Sie haben schon genug gesagt. Jim Hurst hat ihn nicht genommen, Mr. Pine. Ich weiß, dass er es nicht getan hat.« »Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Miss Blundell. Warum sollte jemand annehmen, dass er es getan hätte?« »Weil er vorbestraft ist. Jim Hurst war, einmal ein Dieb, Mr. Pine. Er wurde in unserem Hause erwischt. Mir hat er leid getan. Er war so jung und so verzweifelt.« »Und so gut aussehend«, dachte Mr. Parker Pine. »Ich habe Papst überredet, ihm eine Chance zu geben, damit er es wieder gut machen kann. Mein Vater tut einfach alles für mich. Er hat Jim eine Chance gegeben, und Jim hat es wieder gut gemacht. Inzwischen verlässt sich Vater völlig auf ihn und vertraut ihm auch all seine Geschäftsgeheimnisse an. Und am Ende gibt er dann schließlich nach, oder hätte es zumindest getan, wenn das nicht passiert wäre.« »Wenn Sie von Nachgeben sprechen, meine ich damit, dass ich Jim heiraten möchte, und er mich heiraten möchte.« »Und Sir Donald?« »Sir Donald war Vaters Idee, nicht meine. Glauben Sie vielleicht, ich wollte so einen ausgestopften Fisch wie Sir Donald heiraten?« Mr. Parker Pine enthielt sich jeglichen Kommentars, was die Beschreibung des jungen Engländers anging, und fragte stattdessen, »Und was ist mit Sir Donald?« »Ich denke mal, er meint, ich würde seinen verarmten Ländereien gut tun«, sagte Carol verächtlich. Mr. Parker Pine dachte über die Situation nach. »Ich möchte Ihnen gerne zwei Fragen stellen«, sagte er. »Gestern Abend fiel die Bemerkung »Einmal ein Dieb, immer ein Dieb«.« Das Mädchen nickte. »Ich verstehe nun, warum diese Bemerkung Anlass zu solcher Verlegenheit zu sein schien.« »Ja, das war für Jim unangenehm, und für mich, und Paps auch. Ich hatte solche Angst, man könnte es Jim an der Nasenspitze ansehen, dass ich einfach mit dem Erstbesten herausgeplatzt bin, das mir durch den Kopf ging.« Mr. Parker Pine nickte nachdenklich. Dann fragte er, »Und warum hat Ihr Vater heute darauf bestanden, dass man auch ihn durchsucht?« »Das haben Sie nicht begriffen?« »Ich schon. Paps fürchtete, ich könnte die ganze Sache für ein abgekartetes Spiel gegen Jim halten. Sehen Sie, er will unbedingt, dass ich diesen Engländer heirate, und deshalb wollte er mir beweisen, dass er Jim nicht hereingelegt hatte.« »Du meine Güte«, sagte Mr. Parker »Pine, das ist alles sehr erhellend. So ganz allgemein, meine ich. Für unsere spezielle Ermittlung dürfte es kaum hilfreich sein. Aber deshalb werden Sie doch jetzt nicht aufgeben.« »Nein, nein.« Er schwieg einen Moment und sagte dann, »Was genau soll ich nun eigentlich für Sie tun, Miss Carol? Beweisen Sie, dass nicht Jim die Perle genommen hat?« »Und angenommen, entschuldigen Sie, dass er es doch getan hat?« »Wenn Sie das glauben, liegen Sie falsch, völlig falsch.« »Aber haben Sie die Sache auch sorgsam bedacht?« »Glauben Sie nicht, die Perle könnte eine unerwartete Versuchung für Mr. Hurst dargestellt haben? Der Verkauf brächte ihm eine große Summe Geldes ein, eine Spekulationsgrundlage gewissermaßen, die ihn unabhängig machte, so dass er sie mit oder ohne die Einwilligung ihres Vaters heiraten könnte.« »Jim hat es nicht getan«, erwiderte das Mädchen schlicht. Dieses Mal akzeptierte Mr. Parker Pine ihre Behauptung. »Nun, dann werde ich mein Bestes tun.« Sie nickte abrupt und verließ das Zelt. Nun setzte Mr. Parker Pine sich auf das Bett. Er gab sich dem Nachdenken hin. Mit einem Mal lachte er leise. »Ich werde langsam schwer von Begriff«, sagte er laut. Beim Lunch war er sehr aufgekratzt. Der Nachmittag verlief friedlich. Die meisten schliefen. Als Mr. Parker Pine um Viertel nach Vier das große Zelt betrat, war nur Dr. Carver dort. Er untersuchte einige Keramikscherben. »Ah«, sagte Mr. Parker Pine und zog einen Stuhl an den Tisch. »Just der Mann, den ich sehen wollte. Würden Sie mir die Knetmasse überlassen, die Sie bei sich tragen?« Der Doktor fingerte in seinen Taschen, zog eine Stange Knetmasse heraus und bot sie Mr. Parker Pine an. »Nein«, sagte Mr. Parker Pine und winkte ab. »Das ist nicht die, die ich möchte. Ich möchte diesen Klumpen, den Sie gestern Abend hatten. Um ganz offen zu sein, ich will nicht die Knete. Ich will, was darin ist.« Es trat eine Pause ein. Dann sagte Dr. Carver leise, »Ich glaube nicht, dass ich Sie verstehe.« »Ich glaube, Sie verstehen mich durchaus«, sagte Mr. Parker Pine. »Ich will Miss Blondells Perlenohrring.« Eine Minute war es totenstill. Dann steckte Carver eine Hand in die Tasche und zog einen unförmigen Klumpen Knete heraus. »Clever von Ihnen«, meinte er. Sein Gesicht war ausdruckslos. »Wollen Sie es mir nicht erzählen?«, fragte Mr. Parker Pine. Seine Finger waren beschäftigt. Mit einem Grunzen befreite er einen etwas verschmierten Perlenohrring aus der Knete. »Die reine Neugier, ich gebe es zu«, sagte er entschuldigend, »aber ich würde es wirklich gerne hören.« »Ich erzähle es Ihnen«, sagte Carver, »wenn Sie mir verraten, wie Sie auf mich gekommen sind. Sie haben doch nichts gesehen, oder?« Mr. Parker Pine schüttelte den Kopf. »Ich habe nur darüber nachgedacht«, sagte er. »Zuerst war es reiner Zufall«, sagte Carver. »Ich bin den ganzen Morgen hinter Ihnen allen hergetrödelt, und dann lag er da auf einmal vor mir. Er muss nur einen Augenblick zuvor vom Ohr des Mädchens gefallen sein. Sie hatte es nicht bemerkt. Niemand hatte es bemerkt. Ich habe ihn aufgehoben und in meine Tasche gesteckt. Ich wollte ihn ihr zurückgeben, sobald ich sie eingeholt hätte. Aber ich habe ihn vergessen. Und dann, auf der Hälfte des Aufstiegs, habe ich angefangen nachzudenken. Das Schmuckstück bedeutete diesem dummen Mädchen nichts. Ihr Vater würde ihr ein neues kaufen, ohne auch nur einmal über den Preis nachzudenken. Mir aber bedeutete es viel. Der Verkauf dieser Perle könnte eine Expedition ausrüsten.« Sein teilnahmsloses Gesicht zuckte auf einmal und wurde lebendig. »Haben Sie eine Ahnung, wie schwierig es heutzutage ist, Gelder für eine Ausgrabung aufzutreiben? Nein, haben Sie nicht. Der Verkauf dieser Perle würde alles vereinfachen. Es gibt da einen Ort, an dem ich graben möchte, unten in Belujistan. Dort wartet ein ganzes Kapitel der Vergangenheit darauf entdeckt zu werden. Mir ist das, wovon Sie gestern Abend erzählt haben, in den Sinn gekommen. Über den leicht beeinflußbaren Zeugen. Ich dachte, das Mädchen wäre genau der Typ. Als wir den Gipfel erreichten, habe ich ihr gesagt, ihr Ohrring sei lose. Ich habe so getan, als würde ich die Schraube festziehen. Tatsächlich habe ich die Spitze eines kleinen Bleistifts gegen ihr Ohr gedrückt. Ein paar Minuten später habe ich ein Steinchen fallen lassen. Sie war bereit zu schwören, dass sie den Ohrring noch im Ohr gehabt hatte und er gerade erst heruntergefallen wäre. Ich habe inzwischen die Perle in den Klumpen Knetmasse in meiner Tasche gedrückt. Das ist meine Geschichte. Keine sehr erbauliche. Jetzt sind Sie dran.« »Da gibt es nicht viel zu erzählen«, sagte Mr. Parker Pine. »Sie waren der Einzige, der Dinge vom Boden aufgehoben hat. Deshalb musste ich an sie denken. Und das Steinchen, das der Kolonel fand, war von Bedeutung. Es deutete auf den Trick hin, den sie uns gespielt haben.« »Und dann?« »Reden Sie weiter«, sagte Carver. »Nun, wissen Sie, Sie haben gestern Abend etwas zu vehement über Redlichkeit gesprochen.« »Zu viel beteuern.« »Na, Sie wissen ja, was Shakespeare sagt. Es wirkte so, als versuchten Sie sich selbst zu überzeugen. Und Sie haben etwas zu verächtlich über Geld gesprochen.« Das Gesicht des Mannes, der vor ihm saß, sah zerfurcht und erschöpft aus. »Tja, das war's dann«, sagte er. »Für mich ist es gelaufen.« »Sie werden dem Mädchen des weiblichen Geschlechts.« »Ich glaube, Sie schätzen Miss Carol da falsch ein«, sagte Mr. Parker Pine. »Sie hat Verstand. Und mehr noch.« »Ein Herz.« »Ich denke, sie wird diese Angelegenheit für sich behalten.« »Ihr Vater aber nicht«, sagte der Archäologe. »Ich glaube doch.« »Sehen Sie, Papps hat seine eigenen Gründe dafür, nichts zu sagen.« »Dieser Ohrring schimmert nicht wie vierzigtausend Dollar.« »Ein Fünfer deckte seinen Wert ab.« »Sie meinen?« »Ja.« »Das Mädchen weiß es nicht. Sie glaubt wirklich, sie seien echt.« »Ich hatte schon gestern Abend so einen Verdacht. Mr. Blondel hat ein bisschen viel von all dem Geld, das er hat, gesprochen. Wenn die Dinge an der Börse schlecht laufen und die Aktien fallen, nun, dann ist es das Beste, gute Miene zu machen und zu bluffen. Mr. Blondel hat geblufft.« Plötzlich grinste Dr. Carver. Es war ein ansteckendes, knabenhaftes Grinsen, das auf dem Gesicht eines bejahten Manns seltsam anmutete. »Dann sind wir also alle arme Teufel«, sagte er. »So ist es«, sagte Mr. Parker Pine und zitierte den großen Shakespeare-Mimen Garrick. »Ein Mitfühlen macht uns auf wundersame Weise gütig.« Tod auf dem Nil Lady Grail war gereizt. Seit sie an Bord des Dampfers Fayum gekommen war, hatte sie sich über alles und jedes beklagt. Ihre Kabine sagte ihr nicht zu. Sie konnte wohl die Morgensonne ertragen nicht, aber die Nachmittagssonne. Pamela Grail, ihre Nichte, bot ihr zuvorkommend ihre eigene Kabine auf der anderen Seite des Schiffs an. Lady Grail akzeptierte die Offerte. Widerwillig. Sie herrschte Miss MacNorton, ihre Krankenschwester, an, weil diese ihr den falschen Schal gebracht und das kleine Kissen eingepackt hatte, anstatt es an Land zu lassen. Sie herrschte ihren Ehemann, Sir George, an, weil dieser ihr die falsche Perlenkette gekauft hatte. Sie wollte Lapislazuli, nicht Karniol. George war ein Trottel. Sir George sagte besorgt, »Entschuldige, meine Liebe, entschuldige. Ich gehe zurück und tausche Sie um. Reichlich Zeit.« Basil West, den Privatsekretär ihres Mannes, herrschte sie nicht an. Denn niemand herrschte Basil an. Sein Lächeln entwaffnete einen, bevor man sich überhaupt dazu anschicken konnte. Doch das meiste bekam ganz sicher der Dragoman ab, eine imposante und prächtig gekleidete Erscheinung, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen ließ. Als Lady Grail in einem Deckchair einen Fremden erblickte und sie begriff, dass es sich um einen weiteren Passagier handelte, schüttete sie den Kelch ihres Zorns aus. »Man hat mir im Kontor versichert, wir seien die einzigen Passagiere, dass diese Saison zu Ende ginge und sonst niemand mitführe.« »Das ist richtig, Lady«, erwiderte Mohamed ruhig. »Nur Sie und Gesellschaft und ein Gentleman, mehr nicht.« »Aber man hat mir gesagt, wir würden unter uns sein.« »Das ist ganz richtig, Lady.« »Es ist nicht richtig. Das war eine Lüge. Was macht dieser Mann hier?« »Erkommen später, Lady. Nachdem Sie Fahrgarten geholt, er beschlossen zu fahren, erst heute Morgen.« »Das ist ausgemacht, aber trug.« »Das schon in Ordnung, Lady. Er sehr ruhiger Gentleman, sehr freundlich, sehr ruhig.« »Du bist ein Trottel. Völlig ahnungslos. Miss McNaughton, wo sind Sie?« »Oh, da sind Sie. Ich habe Sie wiederholt gebeten, in meiner Nähe zu bleiben. Ich könnte mich jederzeit schwach fühlen. Helfen Sie mir in meine Kabine zurück, und geben Sie mir eine Aspirin-Tablette, und lassen Sie Mohamed nicht in meine Nähe kommen. Bei seinem Ewigen. Das richtig, Lady, möchte ich schreien!« Miss McNaughton reichte ihr wortlos den Arm. Sie war eine hochgewachsene Frau von etwa 35 Jahren, auf eine ruhige, dunkle Art gut aussehend. Sie machte es Lady Grail in der Kabine bequem, schüttelte die Kissen für sie auf, verabreichte ihr eine Aspirin-Tablette und lauschte dem leisen Plätschern der Klagen. Lady Grail war 48. Seit sie 16 war, ertrug sie ein Leiden, das da hieß »Zu viel Geld«. Den verarmten Baronet Sir George Grail hatte sie vor zehn Jahren geerlicht. Sie war eine kräftige Frau, im Grunde genommen nicht schlecht aussehend, doch ihr Gesicht war verdrießlich und von Falten durchzogen, und ihr üppiges Make-up betonte die Makel noch, die Jahre und Launen hinterlassen hatten. Ihr Haar war erst platinblond und dann hennarot gewesen und sah nun müde aus. Sie war zu sehr herausgeputzt und trug zu viel Schmuck. »Richten Sie Sir George aus«, beendete sie schließlich ihr Klagen, während die stille Miss McNaughton mit ausdruckslosem Gesicht wartete. »Richten Sie Sir George aus, er müsse dafür sorgen, dass dieser Mann von Bord geht. Ich muss meine Ruhe haben, nach allem, was ich in jüngster Zeit durchgemacht habe.« Sie schloss die Augen. »Sehr wohl, Lady Grail«, sagte Miss McNaughton und verließ die Kabine. Der anstoßerregende Nachzügler saß noch immer in seinem Deckchair. Er hatte luxor den Rücken zugewandt und blickte über den Nil auf die fernen Hügel, die sich golden über einem dunkelgrünen Streifen abzeichneten. Miss McNaughton warf ihm im Vorübergehen einen raschen, prüfenden Blick zu. Sie fand Sir George im Salon. Er hielt eine Perlenkette in der Hand und beäugte sie skeptisch. »Sagen Sie, Miss McNaughton, glauben Sie, dass diese Gefallen finden wird?« Miss McNaughton warf auch auf den Lapislazuli einen raschen Blick. »Wirklich sehr hübsch«, sagte sie. »Sie glauben also, dass Lady Grail erfreut sein wird? Wie? Oh nein, so würde ich das nicht ausdrücken, Sir George. Sie erfreut rein gar nichts. Das ist wohl die bittere Wahrheit. Apropos, sie hat mich mit einer Botschaft zu ihnen geschickt. Sie will, dass Sie diesen überzähligen Passagier loswerden.« Sir George fiel die Kinnlade herunter. »Ja, wie könnte ich denn, was könnte ich dem Burschen denn sagen?« »Natürlich können Sie das nicht.« Elsie McNaughtons Stimme war forsch und gütig. »Sagen Sie einfach, dass da nichts auszurichten war.« Ermunternd setzte sie hinzu. »Das wird schon.« »Meinen Sie wirklich?« Sein Gesichtsausdruck war auf lächerliche Weise rührend. Elsie McNaughtons Stimme klang noch gütiger, als sie sagte, »Sie dürfen sich diese Dinge wirklich nicht so zu Herzen nehmen, Sir George. Das ist nur das Unwohlsein. Nehmen Sie es nicht zu ernst.« »Sie meinen also, dass es ihr wirklich schlecht geht, Schwester?« Ein Schatten huschte über das Gesicht der Krankenschwester. In ihrer Stimme schwang eine merkwürdige Note, als sie antwortete, »Ja, mir...« »Mir gefällt Ihr Zustand nicht.« »Aber bitte machen Sie sich keine Sorgen, Sir George.« »Das sollten Sie nicht. Das sollten Sie wirklich nicht.« Sie lächelte ihn freundlich an und ging hinaus. Pamela kam herein und sah in ihrem weißen Kleid sehr lässig und kühl aus. »Hallo, lieber Onkel.« »Hallo, Pamela, meine Liebe.« »Was hast du da?« »Oh, wie hübsch. Na, da bin ich froh, dass sie dir gefällt.« »Glaubst du, sie wird deiner Tante auch gefallen?« »Sie ist unfähig, an irgendetwas gefallen zu finden. Ich weiß nicht, warum du diese Frau geheiratet hast, lieber Onkel.« Sir George schwieg. Vor seinem inneren Auge erstand ein verschwommenes Panorama von verlorenen Pferdewetten, ungeduldigen Gläubigern und einer gutaussehenden, wenn auch herrschsüchtigen Frau. »Ach, mein Arm«, sagte Pamela. »Ich vermute, dir blieb nichts anderes übrig. Aber sie macht uns beiden das Leben wirklich zur Hölle. Oder nicht?« »Seit sie krank geworden ist,« hob Sir George an, Pamela fiel ihm ins Wort. »Sie ist nicht krank, nicht wirklich krank. Wenn sie etwas tun will, dann kann sie es tun. Als du in Asuan warst, war sie kreuzfidel. Ich wette mit dir, Miss McNaughton weiß, dass sie simuliert.« »Ich weiß nicht, was wir ohne Miss McNaughton täten,« sagte Sir George mit einem Seufzen. »Sie ist eine tüchtige Person,« gab Pamela zu. »Ich habe an ihr allerdings nicht so einen Narren gefressen wie du, Onkel.« »Oh, das hast du, streit es nicht ab. Du glaubst, sie ist wunderbar. Und das ist sie auch.« »In gewisser Weise.« »Aber sie ist ein stilles Wasser.« »Ich weiß nie, was sie gerade deckt. Trotzdem, mit dem giftigen Weib wird sie gut fertig.« »Hör mal, Pamela, so darfst du nicht von deiner Tante reden, zum Kuckuck. Sie ist sehr gut zu dir.« »Oh ja, sie bezahlt all unsere Rechnungen, nicht wahr? Trotzdem macht sie es uns verflixt schwer.« Sir George ging zu einem weniger schmerzhaften Thema über. »Was unternehmen wir nur wegen dieses Kerls, der die Reise mitmachen will? Deine Tante will das Schiff für sich allein haben.« »Tja, sie kann es nicht für sich allein haben,« entgegnete Pamela Kühl. »Der Mann ist ganz vorzeigbar. Sein Name ist Parker Pine. Mir kommt er vor wie ein Beamter von einer Registraturbehörde. Gibt es so etwas? Komisch, ich glaube, ich habe den Namen schon irgendwo gehört.« »Basil?« Der Sekretär war soeben eingetreten. »Wo habe ich den Namen Parker Pine schon gesehen?« »Auf der ersten Seite des Kummerkastens der Times,« antwortete der junge Mann prompt. »Sind Sie glücklich? Falls nicht, konsultieren Sie Mr. Parker Pine.« »Nicht doch. Wie schrecklich amüsant. Dann breiten wir auf dem Weg nach Kairo all unsere Probleme vor ihm aus.« »Ich habe keine,« sagte Basil West schlicht. »Wir werden den goldenen Nil hinabsegeln und Tempel besichtigen.« Er sah schnell zu Sir George hinüber, der sich eine Zeitung genommen hatte. »Gemeinsam.« Das letzte Wort war nur gehaucht, doch Pamela hatte es gehört. Ihr Blick traf den Seinen. »Sie haben recht,« sagte sie leichthin. »Das Leben ist doch schön.« Sir George erhob sich und ging hinaus. Pamelas Gesicht verdüsterte sich. »Was ist denn, mein Liebling?« »Meine abscheuliche, angeheiratete Tante.« »Reg dich nicht auf,« sagte Basil schnell. »Es ist doch egal, was sie sich gerade in den Kopf gesetzt hat. Widersprich einfach nicht. Das,« meinte er lachend, »ist die beste Tarnung.« Die gütige Gestalt von Mr. Parker Pine betrat den Salon. Ihm folgte die malerische Erscheinung von Mohammed, bereit, ihr Sprüchlein aufzusagen. »Lady, Gentlemen, wir jetzt fahren ab. In wenigen Minuten passieren wir Tempel von Karnak, rechter Seite. Ich Ihnen Geschichte erzähle nun von kleinen Junge, der losging ein gebratenes Lamm für seinen Vater kaufen. Der kleine Junge kam an große Pyramiden vorbei und da traf er auf einen anderen Mann, den Abdul. Abdul sagte zu »Unsere kleine Junge. Junge, willst du kaufen diese wunderschöne Lamm?« Mr. Parker Pine wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er war gerade von einer Besichtigung des Tempels von Dendera zurückgekehrt. Der Ritt auf einem Esel, so dachte er, war eine Übung, die bei seiner Figur nicht zu empfehlen war. Er schickte sich gerade an, seinen Kragen abzunehmen, als ein Billet auf dem Frisiertisch seine Aufmerksamkeit erregte. Er öffnete es. Der Inhalt lautete wie folgt. »Werter Herr, ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie den Tempel von Abydos nicht besuchten, sondern an Bord blieben, da ich Sie zu konsultieren wünsche. Hochachtungsvoll, Ariadne Grail«. Ein Lächeln zauberte Falten in Mr. Parker Pines großes, nichtsagendes Gesicht. Er griff nach einem Blatt Papier und schraubte seinen Füllfederhalter auf. »Sehr geehrte Lady Grail«, schrieb er, »ich bedauere, Sie enttäuschen zu müssen, doch ich befinde mich gegenwärtig im Urlaub und befasse mich nicht mit geschäftlichen Angelegenheiten.« Er setzte seinen Namen darunter und ließ den Brief von einem Steward überbringen. Er hatte sich kaum umgekleidet, als ihn ein weiteres Billet erreichte. »Werter Mr. Parker Pines, es ist mir bewusst, dass Sie sich im Urlaub befinden, doch ich bin bereit, Ihnen ein Honorar von 100 Pfund für eine Konsultation zu zahlen. Hochachtungsvoll, Ariadne Grail.« Mr. Parker Pines Augenbrauen hoben sich. Nachdenklich klopfte er mit dem Füllfederhalter gegen seine Zähne. Er wollte Abydos sehen, doch 100 Pfund waren 100 Pfund, und Ägypten hatte sich als noch unverschämt teurer erwiesen als angenommen. »Sehr geehrte Lady Grail«, schrieb er, »ich werde den Tempel von Abydos nicht besichtigen.« Ihr ergebener J. Parker Pine. Mr. Parker Pines Weigerung, den Dampfer zu verlassen, bereitete Mohammed großen Kummer. »Sehr schönes Tempel. Alle meine Gentlemen sehen gerne diesen Tempel. Ich besorge Ihnen Kutsche. Ich besorge Ihnen Tragsessel und Matrosen. Heben Sie!« Mr. Parker Pine schlug all diese verlockenden Offerten aus. Die anderen zogen los. Mr. Parker Pine wartete an Deck. Schließlich öffnete sich die Tür von Lady Grails Kabine, und die Lady selbst schleppte sich an Deck. »Was für ein heißer Nachmittag!« bemerkte sie huldvoll. »Ich sehe, Sie sind hier geblieben, Mr. Pine. Sehr klug von Ihnen. Wollen wir den Tee im Salon einnehmen?« Mr. Parker Pine erhob sich prompt und folgte ihr. Es lässt sich nicht leugnen, dass er neugierig war. Es schien, als fiele es Lady Grail schwer, zur Sache zu kommen. Sie flatterte von einem Thema zum anderen, doch schließlich sagte sie mit veränderter Stimme, »Mr. Pine, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, ist äußerst vertraulich. Das verstehen Sie doch, nicht wahr?« »Selbstverständlich.« Sie schwieg, holte tief Luft. Mr. Parker Pine wartete. »Ich möchte wissen, ob mein Ehemann mich vergiftet.« Was immer Mr. Parker Pine auch erwartet hatte, dies war es nicht. Er ließ sich seine Verblüffung deutlich anmerken. »Das ist eine sehr schwerwiegende Anschuldigung, Lady Grail.« »Ich bin weder eine Nerrin noch von gestern. Ich hege diesen Verdacht schon eine Weile. Wann immer George wegfährt, geht es mir besser. Ich vertrage mein Essen und fühle mich wie verwandelt. Das muss doch einen Grund haben.« »Was Sie da sagen, ist besorgniserregend, Lady Grail.« »Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ich kein Detektiv bin. Ich bin, wenn Sie so wollen, ein Herzspezialist.« Sie unterbrach ihn. »Ach, glauben Sie etwa, mich beunruhigt das nicht? Ich will keinen Polizisten. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Vielen Dank auch. Ich will Gewissheit. Ich bin keine boshafte Frau, Mr. Pine. Ich behandle die anständig, die mich anständig behandeln. Eine Abmachung ist eine Abmachung. Ich habe meinen Teil eingehalten, ich habe die Schulden meines Mannes bezahlt, und ich habe ihn mit Geld nicht knapp gehalten.« Mr. Parker Pine verspürte einen Anflug von Mitleid für Sir George. Und was das Mädchen angeht, sie hat Kleider bekommen und Partys und dies und das und jenes. Gängige Dankbarkeit. Mehr erwarte ich nicht.« »Dankbarkeit ist nichts, das man auf Bestellung empfindet, Lady Grail.« »Unsinn«, sagte Lady Grail und fuhr fort. »Also, so steht es. Finden Sie für mich die Wahrheit heraus, und wenn ich Sie erst kenne.« Er sah sie neugierig an. »Und wenn Sie Sie erst erkennen?« »Was dann, Lady Grail?« »Das ist meine Sache.« Ihre Lippen schlossen sich mit Nachdruck. Mr. Parker Pine zögerte einen Moment, dann sagte er, »Verzeihen Sie, Lady Grail, doch ich habe den Eindruck, dass Sie mir gegenüber nicht ganz offen sind. Das ist absurd. Ich habe Ihnen genau erklärt, was Sie für mich herausfinden sollen.« »Ja, aber nicht warum.« Ihre Augen trafen sich. Sie senkte die Ehren als Erste. »Ich denke doch, der Grund ist ganz offensichtlich,« sagte sie. »Nein, denn ich habe an einem Punkt meine Zweifel.« »Und der wäre?« »Möchten Sie Ihren Verdacht bestätigt sehen oder nicht?« »Also wirklich, Mr. Pine!« Die Lady erhob sich vor Entrüstung zitternd. Mr. Parker Pine nickte sacht mit dem Kopf. »Gewiß, gewiß«, sagte er. »Doch das beantwortet meine Frage nicht.« »Oh!« Es schien ihr die Sprache verschlagen zu haben. Sie rauschte aus dem Salon.« So alleingelassen versank Mr. Parker Pine in Gedanken. Er versank so tief in seine Gedanken, dass er merklich zusammenzuckte, als jemand hereinkam und ihm gegenüber Platz nahm. Es war Miss McNaughton. »Da ist die Gesellschaft aber sehr bald zurückgekehrt,« sagte Mr. Parker Pine. »Die anderen sind noch nicht wieder hier. Ich habe gesagt, ich hätte Kopfschmerzen und bin allein zurückgekommen.« Sie zögerte. »Wo ist Lady Grail?« »Ich nehme an, sie hat sich in ihrer Kabine hingelegt.« »Oh! Das trifft sich gut. Sie soll nicht wissen, dass ich wieder da bin.« »Sie sind also nicht ihretwegen zurückgekommen?« Miss McNaughton schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin zurückgekommen, um Sie zu sehen.« Mr. Parker Pine war überrascht. Spontan hätte er gesagt, dass Miss McNaughton bestens imstande war, sich selbst um ihre Sorgen zu kümmern und auf fremde Hilfe nicht angewiesen war. Offenbar hatte er sich geirrt. Seit wir an Bord gegangen sind, beobachte ich Sie. Ich halte Sie für einen Mann mit beträchtlicher Erfahrung und gutem Urteilsvermögen. Und ich brauche dringend Rat. Und doch, verzeihen Sie, Miss McNaughton, sind Sie nicht der Typ, der für gewöhnlich Rat sucht. Ich würde sagen, Sie sind eine Person, die sich gern auf Ihr eigenes Urteilsvermögen verlässt. Normalerweise ja. Doch ich befinde mich in einer eigenartigen Lage.« Sie zögerte einen Moment. »Üblicherweise spreche ich nicht über meine Patienten. Doch in diesem Fall halte ich es für notwendig.« »Mr. Pine, als ich England mit Lady Grail verlassen habe, war sie ein klarer Fall. Kurz gesagt, sie hatte keine Beschwerden. Das ist vielleicht nicht ganz richtig. Zu viel Muße und zu viel Geld können zu einem krankhaften Zustand führen. Müsste Lady Grail jeden Tag ein paar Fußbodenscheuern und fünf oder sechs Kinder versorgen, wäre sie eine vollkommen gesunde und sehr viel glücklichere Frau.« Mr. Parker Pine nickte. »Als Krankenschwester sieht man sehr viele dieser nervösen Fälle. Lady Grail genoss es, krank zu sein. Meine Aufgabe war es, ihre Leiden so taktvoll ich konnte zu lindern und diese Reise so gut als möglich zu genießen.« »Sehr vernünftig«, bemerkte Mr. Parker Pine. »Aber, Mr. Pine, nun ist alles anders. Das Leiden, über das Lady Grail nun klagt, ist echt nicht eingebildet.« »Wie meinen Sie das?« »Ich habe den Verdacht, dass Lady Grail vergiftet wird.« »Seit wann haben Sie diesen Verdacht?« »Seit drei Wochen.« »Verdächtigen Sie »Irgend eine bestimmte Person?« Sie senkte den Blick. Ihre Stimme klang zum ersten Mal nicht aufrichtig.« »Nein.« »Und wenn ich Ihnen jetzt sage, Miss McNaughton, dass Sie sehr wohl eine bestimmte Person verdächtigen und dass diese Person Sir George Grail ist?« »Oh nein, nein, das kann ich nicht glauben.« »Ich glaube mir, er ist so rührend, so kindlich. Er kann unmöglich ein kaltblütiger Giftmörder sein.« Ihre Stimme hatte nun einen gepeinigten Klang. »Und doch haben Sie festgestellt, dass es seiner Frau besser geht, wann immer Sir George nicht anwesend ist, und dass Ihr Unwohlsein mit seiner Rückkehr wieder einsetzt.« Sie entgegnete darauf nichts. »Welches Gift, vermuten Sie?« »Ersehen?« »Etwas in der Art. Ersehen oder Antimon.« »Und was haben Sie bisher unternommen?« »Ich habe mein Bestes getan und ein scharfes Auge auf alles, was Lady Grail isst und trinkt, gehabt.« Mr. Parker Pine nickte. »Glauben Sie, dass Lady Grail selbst einen Verdacht hegt?« fragte er beiläufig. »Oh nein, ich bin mir sicher, dass sie das nicht tut.« »Da irren Sie sich«, sagte Mr. Parker Pine. Lady Grail hegt einen Verdacht. Miss McNaughton verbarg ihre Überraschung nicht. »Lady Grail kann ein Geheimnis besser hüten, als Sie vermuten«, sagte Mr. Parker Pine. »Sie ist eine Frau, die genau weiß, wie man seine Meinung für sich behält.« »Das überrascht mich sehr«, erwiderte Miss McNaughton langsam. »Ich möchte Ihnen gerne noch eine Frage stellen, Miss McNaughton. Glauben Sie, dass Lady Grail sie mag.« »Darüber habe ich noch nie nachgedacht.« Sie wurden unterbrochen. Mohammed kam mit strahlendem Gesicht und flatternder Robe herein. »Lady, sie gehört Sie zurück. Sie fragen nach Ihnen. Sie sagen, warum kommen Sie nicht zu ihr?« Elsie McNaughton erhob sich eilig. Mr. Parker Pine erhob sich ebenfalls. »Wäre Ihnen eine Konsultation morgen in aller Frühe angenehm?« fragte er. »Ja, das wäre die beste Zeit. Lady Grail pflegt lange zu schlafen. Ich werde bis dahin sehr gut Acht geben.« »Ich glaube, auch Lady Grail wird gut Acht geben.« Miss McNaughton verschwand. Mr. Parker Pine sah Lady Grail erst kurz vor dem Dinner wieder. Sie saß in einem Sessel, rauchte eine Zigarette und verbrannte etwas, das wie ein Brief aussah. Sie beachtete ihn nicht und er folgerte daraus, dass sie noch immer entrüstet war. Nach dem Dinner spielte er mit Sir George, Pamela und Basil Bridge. Da jeder von ihnen etwas abgelenkt schien, beendeten sie das Spiel bald. Einige Stunden später wurde Mr. Parker Pine geweckt, und zwar von Mohammed. »Alte Lady, sehr krank. Schwester, Sie sehr besorgt. Ich versuche, Doktor zu holen.« Mr. Parker Pine warf sich rasch ein paar Kleidungsstücke über. Er erreichte die Tür zu Lady Grails Kabine im selben Moment wie Basil West. Sir George und Pamela befanden sich in der Kabine. Elsie McNaughton versuchte verzweifelt, ihrer Patientin zu helfen. Als Mr. Parker Pine ankam, wurde die bedauernswerte Dame von einem letzten Krampf geschüttelt. Ihr gekrümmter Körper wandte sich noch einmal und versteifte sich dann. Sie fiel in ihre Kissen zurück. Mr. Parker Pine zog Pamela sanft aus der Kabine. »Wie furchtbar!« Das Mädchen schluchzte fast. »Wie schrecklich ist sie! Ist sie!« »Tod?« »Ja, ich fürchte, es ist zu Ende.« Er vertraute sie Basils Obhut an. Sir George kam verstört aus der Kabine. »Ich habe nie gedacht, dass sie wirklich krank war«, murmelte er. »Nicht eine Sekunde habe ich das gedacht.« Mr. Parker Pine drängte sich an ihm vorbei in die Kabine. Elsie McNaughtons Gesicht war weiß und verzerrt. »Hat man nach einem Arzt geschickt?« fragte sie. »Ja.« Dann fragte er. »Strich nähen?« »Ja.« »Diese Krämpfe sind unverwechselbar.« »Och, ich kann es nicht glauben.« Sie sank weinend auf einen Stuhl. Er tätschelte ihre Schulter. Dann schien ihm plötzlich etwas einzufallen. Er verließ eilig die Kabine und ging in den Salon. In einem Aschenbecher lag ein kleiner Fetzen Papier, der nicht verbrannt war. »Nur noch ein paar Worte waren zu erkennen.« »Psell voller Träume? Verbrennt dies.« »Also das ist interessant«, sagte Mr. Parker Pine. Mr. Parker Pine saß im Büro eines hochgestellten Kairoer Beamten. »Das sind also die Beweise,« sagte er nachdenklich. »Ja, ziemlich erdrückend. Der Mann muss ein verdammter Dummkopf sein.« »Ich würde Sir George nicht unbedingt als klugen Kopf bezeichnen.« »Das kommt auf selbe heraus.« Der andere rekapitulierte. »Lady Grail möchte eine Fleischbrühe. Die Krankenschwester bereitet ihr eine Tasse zu. Dann möchte sie Sherry hineinhaben. Sir George sorgt für den Sherry. Zwei Stunden später stirbt Lady Grail mit den unmissverständlichen Anzeichen einer Strichnin-Vergiftung. Ein Päckchen Strichnin wird in Sir Georges Kabine gefunden und ein weiteres in der Tasche seiner Smokingjacke.« »Sehr gründlich«, sagte Mr. Parker Pine. »Wo kam das Strichnin übrigens her?« »Da besteht so gut wie kein Zweifel. Die Krankenschwester hatte welches für den Fall, dass Lady Grail Probleme mit dem Herzen hätte. Doch sie hat sich ein- oder zweimal widersprochen. Erst sagte sie, der Vorrat sei vollständig. Und nun sagt sie, dass etwas fehlt.« »Sich nicht sicher zu sein, passt nicht zu ihr«, lautete Mr. Parker Pines Kommentar. »Meiner Meinung nach stecken die beiden unter einer Decke. Die zwei haben eine Schwäche füreinander.« »Gut möglich. Doch wenn Miss McNaughton einen Mord geplant hätte, hätte sie es sehr viel geschickter angestellt. Sie ist eine tüchtige junge Frau.« »Na also, meiner Meinung nach steckt Sir George da ganz tief drin. Da kommt er nicht mehr raus.« »So, so«, sagte Mr. Parker Pine. »Mal sehen, was ich da tun kann.« Er suchte die hübsche Nichte auf. Pamela war kalkweiß und empört. »Mein Onkel hat das nicht getan. Nie und nimmer.« »Wer war es dann?«, fragte Mr. Parker Pine milde. Pamela kam näher. »Wissen Sie, was ich denke?« »Sie war es selbst. Sie hat sich in letzter Zeit furchtbar merkwürdig benommen. Sie hat sich Sachen eingebildet.« »Was für Sachen? Merkwürdige Sachen. Basil zum Beispiel. Sie hat ständig angedeutet, Basil wäre in sie verliebt. Aber Basil und ich sind... Wir sind... Das ist mir bewusst,« sagte Mr. Parker Pine lächelnd. »Das mit Basil war reine Einbildung. Ich glaube, sie war meines armen Onkels überdrüssig. Und ich glaube, dass sie sich diese Geschichte ausgedacht und sie dann ihnen erzählt hat und dann das Strichnin in seiner Kabine und seiner Smokingtasche versteckt und das Gift selbst genommen hat. Es gibt doch schließlich Menschen, die so etwas tun, oder nicht?« »Die gibt es,« gab Mr. Parker Pine zu. »Doch ich glaube nicht, dass Lady Grail es getan hat.« »Sie war, wenn ich das so sagen darf, nicht der Typ.« »Und was ist mit den Wahnvorstellungen?« »Ach ja, ich werde Mr. West danach fragen.« Er fand den jungen Mann in seinem Quartier. Basil beantwortete seine Fragen bereitwillig. »Ich möchte nicht eingebildet klingen, aber sie hat Gefallen an mir gefunden. Deshalb habe ich es ja nicht gewagt, ihr von Pamela und mir zu erzählen. Sie hätte dafür gesorgt, dass Sir George mich feuert.« »Halten Sie Miss Grails Theorie für wahrscheinlich?« »Tja, sie klingt möglich.« Der junge Mann schien Zweifel zu haben. »Aber nicht überzeugend,« sagte Mr. Parker Pine ruhig. »Nein, wir müssen eine Überzeugendere finden.« Er verlor sich für ein oder zwei Minuten in Grübeleien. »Ein Geständnis wäre das Beste,« erklärte er dann munter. Er schraubte seinen Füllfederhalter auf und zog ein Blatt Papier hervor. »Schreiben Sie es einfach auf.« Basil West stachte ihn verblüfft an. »Ich? Wovon reden Sie denn?« »Mein guter junger Mann.« Mr. Parker Pine klang fast väterlich. »Ich weiß alles. Dass Sie die werte Lady umgarnt haben. Dass Sie Bedenken hatte. Dass Sie sich in die hübsche, mittellose Nichte verliebt haben. Was Sie geplant haben. Eine langsame Vergiftung. Sie könnte als natürlicher Tod aufgrund eines Magen-Darm-Katars durchgehen. Und falls nicht, würde man Sir George verdächtigen, denn Sie haben darauf geachtet, ihr nur dann Gift zu verabreichen, wenn er zugegen war.« Und dann mußten Sie entdecken, dass die Dame Verdacht geschöpft und mit mir über diese Angelegenheit gesprochen hatte. Jetzt mußte es schnell gehen. Sie entwendeten etwas Strichnin aus Miss McNaughtons Vorrat, versteckten etwas davon in Sir Georges Kabine und etwas in seiner Smokingtasche und füllten eine ausreichende Dosis in eine Kapsel, die sie mit einem Brief leihen, in dem sie von einer Kapsel voller Träume sprachen, der Dame zukommen ließen. Eine romantische Idee. Sie würde die Kapsel einnehmen, sobald die Krankenschwester sie allein gelassen hatte, und niemand würde auch nur etwas ahnen. Aber Sie haben einen Fehler gemacht, junger Mann. Es hat keinen Sinn, eine Dame zu bitten, eine Dame zu bitten, einen Brief zu verbrennen. Sie tun es doch nie. Ich bin im Besitz dieser reizenden Korrespondenz, auch des Briefes, in dem es um die Kapsel geht.« »Hol sie, der Teufel!«, fauchte er. »Sie wissen also alles. Sie verfluchter, neugieriger, wichtig, tuer Parker!« Mr. Parker Pine blieb ein Akt körperlicher Gewalt erspart, da nun die Zeugen eintraten, die er zuvor umsichtig gebeten hatte, an der halbgeschlossenen Tür zu lauschen. Mr. Parker Pine besprach den Fall erneut mit seinem hochgestellten Beamtetenfreund. Und ich hatte nicht den Hauch eines Beweises, bis auf ein fast unentzifferbares Fragment auf dem Verbrenndis stand. Daraus habe ich mir die ganze Geschichte zusammengereimt und sie ihm vorgesetzt. Und es hat funktioniert. Ich bin über die Wahrheit gestolpert. Die Briefe haben ihn überführt. Lady Grail hatte jeden Schnipsel verbrannt, den er ihr geschrieben hatte. Aber das wußte er nicht. Sie war wirklich eine ganz außergewöhnliche Frau. Ich war verwirrt, als sie zu mir kam. Ich sollte ihr erzählen, dass ihr Mann sie vergiftet. In dem Fall wäre sie mit dem jungen West auf- und davongegangen. Doch sie wollte fair sein. Merkwürdige Frau. »Das arme Mädchen wird darunter zu leiden haben«, sagte der andere. »Sie wird darüber hinwegkommen«, erwiderte Mr. Parker Pine gefühllos. »Sie ist jung. Ich hoffe nur, dass Sir George das Leben noch genießen kann, bevor es zu spät ist. Zehn Jahre lang hat man ihn wie einen Wurm behandelt. Nun wird Elsie McNaughton sehr nett zu ihm sein. Er strahlte. Dann seufzte er. »Ich denke darüber nach, inkognito nach Griechenland zu reisen. Ich habe einen Urlaub wahrlich nötig.« Auf Wiederhören bei Audible. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Un'kirpa se voh kha ta vohrpa tii e pii a Un'kirpa se voh kha ta vohrpa tii e pii a Hum roh bat na bhu loi ha raja jii Sultanegondh se u'tha ke kovari ya Dew gharu jaldi pungu chai raja jii Sultanegondh se u'tha ke kovari ya Dew gharu jaldi pungu chai raja jii Bola bola baba karibu nath ki Boli sankar bhagwani ki Music bar dhe gharu jaldi pungu chai raja jii Malihi haa maare raua ya bhubat ji Sab kuchu dhe jihle baba bola nath ji Sab kuchu dhe jihle baba bola nath ji Malihi haa maare raua ya bhubat ji Sab kuchu dhe jihle baba bola nath ji Jakke jaldi pungu chai raja jii Sultanegondh se u'tha ke kovari ya Dew gharu jaldi pungu chai raja jii Sultanegondh se u'tha ke kovari ya Deggharu jaldi pungu chai raja jii Deggharu jaldi pungu chai raja jii Sultanegondh se u'tha ke kovari ya Deggharu jaldi pungu chai raja jii Sultanegondh se u'tha ke kovari ya Deggharu jaldi pungu chai raja jii Sultanegondh se u'tha ke kovari ya Deggharu jaldi pungu chai raja jii Deggharu jaldi pungu chai raja 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 jaldi pungu Vielen Dank. 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 Vielen Dank.